Musik Hallo, einen wunderschönen guten Tag zu DAKA DAKA TV mit dem nächsten Spielbericht hier. Heute nochmal Orks. Ja, ich muss ja mal die Orks mal wieder auspacken. DAKA DAKA TV ohne Orks geht ja gar nicht. Und heute habe ich zu diesem Fest mir den Max eingeladen. Hallo, hallo. Ja, heute mal wieder ein ganz, ganz gutes Klassiker-Match-Up. Ja. Und 2000 Punkte Orks hier. Ich spiele Goffs. Einfach ins Gesicht. Explodierende Sechsen und so. Und plus einer auf Stärke im Charge. Kann man so machen, ne? Ja, kann man machen. Ich habe als Warlord heute mal wieder den Hai. Da ist er. Der ist nicht weiß. Der weiße Hai, der ist nach unten im Keller. Okay. Das ist ja das besondere Charakter. Ja. Deswegen habe ich ihn heute mitgebracht. Er war ja schon ein erfolgreicher Anführer meiner Orks. Er ist heute Art as Nails. Also Minus 1er Verwundungswurf gegen ihn. Harte Nägel. Und er hat auch noch den B-Side-Metal 5er Feel No Pain an und eine Attacke zusetzt. Den tötet man nicht, ne? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Dann habe ich einen Wirtboy dabei. Hier ist er. Der bewirtet. Der steht ganz äußere. Der bewirtet. Der bewirtet heute mit Warpass und der Jump. Okay. Gestern ging Jens verkackt. Er darf ja nur noch einen Spruch sprechen. Es sei denn, es stehen 20 Modelle hinter ihm. Aha. Gut. Dann noch als Charaktermodell belegt kein Platz im Organisationschart. Mein. Noch on Smashers Quick. Den habe ich auch nochmal fett aufgerüstet mit dem Warlord Trade. Solange es noch geht. Wir spielen ja vor Nihilim oder so. Wir spielen noch nach dem Sektor. Der ist übelst moschig. Ja, da ist der Goff Warlord Trade. Also er kriegt noch einen Durchschlag mehr von seinen Nackab-Attacken und noch eine Attacke mehr. Das ist heute sehr wichtig, der Durchschlag. Ja, er ist halt übelst moschig. Um sich durch Ammaplas Rüstung durchzufräsen. Genau, richtig. Und er hat noch ein Relikt bekommen. Headwarpers Kill Chopper. Okay. Also. Man tut das. Ja, der macht noch Mord. Irgendwann ist auch eine 6. Und der hat die Stärke nur plus 2, sondern plus Stärke mal 2. Ja. Das heißt, er kann auch mal am Leman Russ einen vor die Karre klopfen. Das finde ich nicht gut. Doch, finde ich gut. Ich mag das. Dann habe ich dabei, oder fehlt sogar noch einer. 20. 20. Ein 20er Mob Viechjäger. Ist ja auch gegen Fahrzeuge gut. Die Viech sind primaris Orks. Weil die kriegen ja gegen Fahrzeuge plus 1 auf den Trefferwurf. Boah, fantastisch. Und ich kann auch noch plus 1 auf der Wundungswurf anmachen. Geil. Weil Viechfänger haben ja Strategions im Ork-Kodex. Weil sie primaris. Die ganzen normalen Orks, die man eigentlich gerne, die jeder hat und die man auch gerne spielen will, die haben ja gar kein Stärke. Das ist traurig. Dann habe ich 12 Truck Boys. Hier vorne die, die fahren in irgendeinem Truck da rum. Die hier? Genau. 10 Grotze. 5 Kommandos. 5 Mega-Nobs. Einfach mit Kralle Supershooter. Die Ternis, ja. Genau. 4 Deathcopters. 6 Squickhawk Boys. 6 von den 3 Schweinepriestern. 6 von Schweinepriestern, ja. Mit einem Bombsquick, ganz wichtig. 2x4, 2x5 Stormboys, 6 Warbiker, Boss mit Kralle. Und wer es jetzt noch nicht aufgefallen ist, natürlich habe ich einen Outrider dabei. Ja. Sonst verkündige ich mir das ja gar nicht alles. Also hast du keine ZP mehr übrig. Richtig, genau. Dann habe ich mal wieder Jets mit eingepackt. Und zwar ein DAKA Jet mit 2 Super Shooters. Also 2 zusätzlichen, damit er 6 hat. Dann habe ich dabei ein Warstom Blaster Jet mit Teleporter Mega Blaster und 2 Super Shooters. Kein Kraftfeld, war zu teuer. Und zu guter Letzt 2 Trucks. Macht genau. 1.998 Punkte. Hast du keine 2 Punkte mehr bekommen? Das geht ja nicht. Das kostet ja alles nur noch immer 5 und so. Früher konnte man dann immer noch mal sagen, komm hier, Nahkampfwaffe oder so. Aber gibt es halt nicht. 1.998 Punkte. Ob ich da mal nicht einen Nachteil schon alleine von der Armee-Liste von habe? Werden wir jetzt gleich sehen. Max Astra Militarum. Es ist lange her. Es ist lange her. Ich habe mal gedacht, spielst du mal was anderes als Tyraniden? Vor allen Dingen, wir hatten ja auch einen Data Slate, was jetzt schon wieder alt ist. Ja. Was aber für die Imperial Armee eigentlich ziemlich geil war. Ich habe die Ims, glaube ich, seit dem Data Slate davor schon nicht mehr gespielt. Vielleicht ein Fehler. Also, du hast noch nie Lemann Russ mit 2 mit Russen gespielt. Ich glaube nicht. Und du hast auch noch nie Astra Militarum gespielt mit Hammer of Wrath. Und mit Befehle für alle. Und Befehle für alle? Nein, das kommt jetzt alles auf einmal. Sehr gut. Aber richtig gut, jegliche Schüsse von dir, verwunden beim Trefferwurf von 6 automatisch. Nur bei denen, die dem Regiment angehören. Also bei den Zions nicht. Zions nicht, aber prinzipiell. Und das ist ja schon mal eine sehr mächtige Sache. Selbst gerade gegen Orcs. Weil du musst ja eigentlich nur verwunden, dann sterben sie. Ja, das ist richtig. Das war mal so zur Erklärung, oder? Ja. Dann hau mal auf. Also ich spiele, ja, ich eigentliche immer Katachan, oder zumindest so ein selbstgemachtes Regiment, um den Remit zu ärgern, damit ich die Anzahl der Schüsse wiederholen kann. Aber ich habe mich dieses Mal umentschieden. Ich spiele diesmal Kadia. Ich weiß, es ist langweilig. Aber Kadia hat halt im Supplement von irgendwas, haben sie schöne neue Regeln bekommen. Und die würde ich halt mal ausprobieren. Die habe ich nämlich auch noch nie gespielt. Deswegen spiele ich Kadia im Tarnmuster. Ich habe ein Bataillon und eine Patrouille dabei. Ja, kann man so sagen. Das Bataillon ist Kadia. Die Patrouille ist von den Tempestor Signs so ein Orden. Und zwar der Orden, der... Darf man das mischen? In Patrouille und... Also wenn du zwei verschiedene Detachments hast, ja. Das ist ja ein alter Kodex. Ja, aber man darf ja auch jetzt nicht Untermorgens mit den Pyrofists mischen. Warum darf man die nicht mischen? Weil das geht nicht. Doch, bei denen ist das rausgenommen. Die dürfen das. Okay. Das war ja meine Frage. Achso, ja, man kann das mischen. Also ich wüsste nicht, dass man es nicht kann. Weil die sind ja eigentlich Alliierte. Ich habe einmal den von den Tempestor Signs. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ob das die Löwen, die Arter oder was auch immer sind. Die können auf jeden Fall für den CP, ich glaube, an 5. 5 Zoll eigentlich ranschocken. Das war gedacht, um jemanden Marker zu klauen. Oder um in irgendwelchen Spielfeldvierteln Aktionen zu machen. Oder sonst irgend so ein Quatsch. So gesehen will man einen Orks eigentlich nicht nach ranschocken. Aber wir machen es mal. Angeführt wird diese Patrouille von einem Lord-Kommissar. Anstatt dem Lord-Kommissar hatte ich eigentlich einen Psionika dabei. Aber dann habe ich mir gedacht, du brauchst einen Höllenhund. Und ein Höllenhund kostet 110 Punkte. Ich hatte noch 100 Punkte übrig. Deswegen musste der etwas günstige Lord-Kommissar mitnehmen. Aber der sorgt halt jetzt dafür, dass in meinem Bataillon die insgesamt 3 Häufchen hier. Das sind jeweils 30 Rekruten. 3x30 White-Steel. 3x30, genau. Konscripts, Rekruten. Dass die bei Laune gehalten werden. Deswegen haben wir auch einen Lord-Kommissar dabei. Was? Für die habe ich auch die Kommandopunkte ausgegeben. Dass es halt die Weißbleche sind. Mach schon mal so. Dass es auch die Weißbleche sind. Und die Weißbleche befolgen Befehle ohne Wenn und Aber. Und kriegen Plus 1 auf Moral. Oder Plus 2. Ich weiß nicht. Ist eigentlich egal. Aber wichtig ist, dass die halt die Befehle immer befolgen. Sonst müsste man würfeln auf die 4+. So, dann habe ich noch in der Standard-Sektion einen 10er-Trupp und noch einen 10er-Trupp. Normale imperiale Soldaten. Ausrüstung gibt es jetzt immer umsonst. Und deswegen hat der hier einen Bolter dabei. Der hat einen Plasma-Werfer. Die haben einen Granat-Werfer. Und irgendeiner hat noch ein... Wie heißt das? So ein Vox-Sprechgerät. So ein Dingspump. Genau, so ein Funkgerät. Der andere Trupp, das ist der, der hinterher in seine entsprechende Chimäre kommt. Die lauter Flammenwerfer hat. Wir wollen Orksquillen. Und die Kollegen haben... Er hat auch irgendwie eine Nahkampfwaffe, weil er sie umsonst bekommt. Die haben auch ein Vox-Gerät dabei, weil es umsonst ist. Und einen Melter und einen schweren Flammenwerfer. Weil... Kostet halt alles nichts mehr, ne? Also nichts mehr extra. Dann habe ich dabei in der Sturm-Sektion einen Höllenhund. Ich gehe nicht irgendwann ohne Höllenhund aus dem Haus, muss ich sagen. Zweimal zwei mit Flammenwerfer bewaffnete Scout-Schimären. Dann habe ich dabei in der Unterstützungs-Sektion zwei Wiven und einen Basilisk. Der eine Basilisk hat für einen Kommandopunkt feste drei Schaden bekommen. Damit ich irgendwas habe, was er schießen kann. Der hat zwar nicht so viele Schuss wie ein Manticore, aber ich finde den Basilisk cooler. Der hat mehr Durchschlag. Und ich mag den Enkel lieber als ein Manticore. Ich weiß nicht warum. Ist doch günstiger. Und ich habe als zu guter Letzt für meine Patrouille dabei, äh, für mein Bataillon dabei, zwei Panzerkommandanten. Meine HQs. Der eine führt von der Front und der andere führt von hinten. Der von der Front, der hat auch einen Panzerass bekommen, dass der plus einen Durchschlag hat. Der hat 1, 2, 3 schwere Flammenwerfer. Mit dann Durchschlag 2 anstatt Durchschlag 1. Und ein Punisher Gatling Geschoss, Geschütz, was dann auch Durchschlag 1 hat. Also Stärke 5, ein Schaden. Äh, ein Durchschlag, ein Schaden. Das ist, den stelle ich irgendwo hin. Und wenn du ihn angrabst, flame ich erstmal nicht rein. Wenn du mich dann eingefangen hast, dann schieße ich mich wieder frei. So ist der Plan. Und der andere führt von hinten. Der hat ein Relikt bekommen. Und zwar den Gatekeeper, heißt der glaube ich. Der Torwächter. Auch 3 Schaden Flat. Der macht 3 Schaden Flat. Genau. Durchschlag 2 und Stärke 8. Also es ist ein Kampfgeschütz mit 3 Schaden fest. Was ja traurig genug ist, dass man dafür ein Relikt kaufen muss. Ich glaube gegen Chaos Truppen macht er noch einen Bonus. Aber wir spielen heute gegen Orks. Und dann hat er eine Laserkanone und 2 Plasmakanonen. Und das war alles. 2 Vivorn hast du dabei. Ach ne. 2 Vivorn genau. Und noch 2 Lutenants, die Befehle verteilen können. Nicht Copy the Commander. Wie heißt der? The Tomb Commander. The Tomb Commander. Die etwas kleineren, weil angeführt wird ja vom Lord Commissar. Richtig. Und das sind 2000 Punkte auf dem Kopf. Und schauen wir mal. Richtig viel Zeug. Vor allen Dingen, deine Artillerie, die macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, du hast ja die scheiß Flugzeuge. Die machen mir Sorgen. Ja. Ja stimmt. Du triffst die halt auch noch auf 5. Das ist das Problem. Die ganze Imperial Army trifft halt. Deine Panzerkommandanten auf die 4. Also das ist ja so. Ja, einer. Also der andere, der macht ja. Du stehst da. Also mal gucken. So, dann würde ich jetzt mal sagen, gucken wir uns als nächstes mal das Spielfeld an. Das ist das Spielfeld für heute. Mal kein kompetitives Gelände in einem nicht kompetitiven Spiel. Wer hätte das gedacht? Das sind hier alles, ja, das ist Obscuring, aber nicht Breachable. Bei mir kann man, bei uns kann man nicht durch Wände gehen. Nicht durch 2 Zoll dicke Stahlbetonwände, die der Max hier oder die Imperial Army extra aufgebaut hat. Ja. Das ist auch Obscuring, da kann man nirgendwo Breachable durchgehen. Da kann man durchgehen, klar, sicher. Das ist dann noch. Und wir spielen das so, wenn man hier quasi diese Kante taggt, dann darf man durchschießen. Sonst nicht. Ja. Dann haben wir noch ein paar Kisten auf dem Spielfeld. Auch das Ganze ist Obscuring. Ja. Das ist Obscuring von hier bis da, wo die Kisten drunter stehen. Das ist natürlich dichte Deckung hier, wenn man drunter steht. Und wir spielen heute den Mahlstrom des Krieges und haben natürlich eine Aufstellungszone gezogen. Und zwar die Viertel der Lust, den Ring der Lust. Ja. Ganz klassisch. Dann hat der jüngste Spieler angefangen, Max, einen Marker hinzulegen. Und zwar hat er sich... Den Rundfamilöre, wenn du sagst, der jüngste Spieler ist. Genau. Hat er ganz da hinten hingelegt. Ja. Sechs Tor vom Rand. Ja. So ganz imperial, Armee-like, defensiv. Stattbar. Hier im Niemalsland den nächsten Marker. Einen haben wir in die Mitte gelegt, weil wir natürlich ein bisschen Action haben wollen. Ich habe meinen hier so hingelegt, dass ich den auch außer Deckung raushalten kann, sozusagen. Eigentlich, wenn du richtig Orks gespielt hast, hättest du den hier so. Genau. Und wir haben in dem Spielfeldviertel auch noch einen. In dem Spielfeldviertel ist quasi ein Marker. Ja. Die sind nur ein bisschen anders positioniert als genau in der Mitte, sag ich mal so. Dann haben wir den entscheidenden Ort als Primärmission. Relativ einfach, ne? Wenn du den eigenen Marker kontrollierst, drei Punkte. Wenn du den im Niemalsland, ein oder mehr im Niemalsland kontrollierst, kriegst du vier. Und wenn du den gegnerischen kriegst, fünf. Ja. Ja. Und für jede getötete Einheit pro Schlachtrunde gibt es einen Siegespunkt. Bis zum Maximum vom Drei. So ist das. Ja. Und dann haben wir noch Fox-Störungen. Befehls-Wiederholungswurf kostet zwei CP. Finde ich gar nicht schlecht, weil der ist eigentlich immer so der langweiligste. Genau. Also, hier Hashtag NoCP Reroad. So ist das. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir auf und sehen uns gleich wieder. Wir haben aufgebaut die Orks auf dieser Seite hier mit den zwei Fliegern. Irgendwo aufgestehen, die können sowieso ganz schnell fliegen. Eine schnelle Flanke mit Bikes. Hier stehen auch noch für die Mitte nachher die Squik-Op-Boys, der Knob-On-Smasher-Squik und auch der Squik-O-Saurus. Hier hinten, weil sie auch fliegen können, drüber schnell fliegen können. Die Killercopters. Hier hinten meine Infanterie. Die können gleich mit dem Jump transportiert werden. Hier Truck-Boys und Mega-Knob in Autos. Die Krotze stehen hier am Marker. Ich habe in der Reserve, also im Schock, zweimal fünf Storm-Boys. Genau. Max hat hier die ganzen Panzer in die Dichte-Deckung gestellt. So muss man das machen. Ja, weil du nicht erschossen werden möchtest. Hier der Lord-Kommissar mit 30 Conscripts. Ja, und der Platoon-Commander. Da stehen auch noch die Sentinels an der Kante der Aufstellungszone. Hinten ein Trupp, um den Marker zu halten. Und du hast zweimal 30 Conscripts in Reserve. Und die Sentinels. Ja, weil ich wollte nichts um den Höllen und so nahe stellen. Also hat sich da erledigt. Genau, du hast zweimal 30 Conscripts für jeweils einen Kommandopunkt in die strategische Reserve gestellt, weil du auch einfach keinen Platz hast in deinen Aufstellungen. Das kommt, naja, wenn ich müsste, ich die halt irgendwo hier, könnte ich nur quetschen, aber das ist halt so sinnfrei. Und deswegen habe ich gesagt, stellt sie in die Reserve, kommt immer Welle um Welle rein. Richtig. Und jetzt müssen wir mal gucken, wer anfängt, ne? Ja. Hast du Würfel parat? Ich habe Würfel, ich muss mir gucken, den schönen Grün. Grün-Gold. Ich nehme heute mal schwarze Aufwürfel. Du musst anfangen, ne? Das komme ich mit klar. Das denke ich mir. Ich wollte anfangen. Jetzt wird's Spiel. Max hat folgende Karten gezogen. Lass die Banner wählen im Niemalsland. Wie schön, dass die Rekruten quasi schon an der Kante vom Niemalsland stehen und da gleich einen Banner hinstellen können. Reizvolles Ziel behält der Max. Ich habe den da hinten als reizvolles Zielmarker genommen. Kommt er nämlich nicht hin. Und vernichte es. Meine beiden Jets haben die meisten Lebenspunkte wert. Ich habe den Rostom Blaster Jet genommen. Das ist der hintere. Kommt er von der Reichweite am schwersten hin sozusagen. Aber definitiv nicht unmöglich. Gerade für die erste Runde. Und der Max bewegt sich jetzt. Dann kommen wir wieder. Erste Runde. Astra Militarum. Du bist ja vorgefahren. Hast hier den Weg zugestellt sozusagen. Genauso mit den Sentinels. Der Höllenhund wird nicht schießen können. Der ist aber, weil er advanced ist, hat sie aber eine gute Feldposition schnabuliert. Der blockiert auch. Da hinten bist du vor die Kommandos gegangen. Und der guckt auch so ein bisschen raus. Genau. Der blockiert diesen Weg. Ich gucke einfach, dass die Orks nicht so schnell zu mir kommen. Genau, richtig. Ja, das ist so richtig. Die Conscripts sind in den Marker gegangen, stellen Banner auf. So ist das. Die lassen auf Banner wehen. Und sonst unwesentliche Bewegungen. Der Basilisk ist hier hinter, der ist raus aus der dichten Deckung, hier hingefahren. Weil der Panzerkommandant da rein muss, damit er ein Ziel auf mein Vernichterstziel habe. Falls der überlebt und den erschießen will, hat er es jetzt leichter. Wir gehen gleich in die Schussphase, weil es wird nicht gezaubert. Es wird nicht gezaubert. Es gibt noch keine Befehlsphase. Es gibt noch keine Befehlsphase. Doch, ich kriege einen Kommandopunkt in der Befehlsphase. Juhu. Ich kann aber um Befehle sprechen. Das stimmt. Allerdings, der Panzerkommandant befehlt, beide Panzerkommandanten befehlen sich selber, Einsen, also der befehlt sich Einsen zu wiederholen und der hat ja diese komischen W6-Schuss, weil er ja, er hat sich ja nicht bewegt, oder? Oder nur unwesentlich? Unwesentlich. Die Kardias, wenn du stationär bist. Das ist es halt. Aber ich musste mich so ein bisschen bewegen, weil sonst hätte ich den nicht gesehen. Dann muss er sich eigentlich auch Einsen befehlen. Ja, ja. Allerdings kann ich, aber für den CP kann ich zu Not die Anzahl der Schuss wiederholen. Dann ist das halt so. Gut. Schießen. Ja. Wo fängst du an? Ich glaube, ich gebe einen Kommandopunkt für den Basilisk aus. Für den Luftaufklärer. Dass er alle Trefferbefehlerung kann. Das ist okay. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich fange einfach mal an, lockerflockig hier mit so schnellen Flammenwerfen in deine Kommandos rein. Gut. Da ist Verstand dran. Zwei Stück, Anzahl der Schuss. Natürlich. Aber das wird man von hierher an hierher aus gewöhnt, ne? Bis jetzt freut sich die Imperiale Armee wieder, dass jemand aufs Feld gefüllt werden wird. Und auch anfangen darf. Und auch anfangen darf. Auf die drei. Oder auf die vier. Sie haben aber vergessen, Petroleum einzufüllen. Dann steht noch der Nop. Steht noch der Nop. Mit zwei Leben. Das ist doof. Aber dafür einen Kommandopunkt ausgeben. Der kann auch gleich fliegen, Max. Ja, der kann auch fliegen. Dann der zweite Trupp Flammenwerfer, aber auf dein Flugzeug. Ja. Gut. Guck sie. Das ist herrnig. Das ist schlitt, ne? Ja. Ist okay. Auf die Fündung. Ach, guck mal. Die haben etwas... Nee, die haben auch nicht so heißes Petroleum reingepackt. Einer. Na, first blood. Ich habe hier so eine Anzahl an Würfel, die mir mal geschenkt worden sind. Zweimal Würfelgötter, 40k Kings und Pathfinder. Ich nehme jetzt mal die Pathfinder. Was ist das hier für ein schöner Güldner? Ich weiß nicht, wer mir den am Wochenende geschenkt hat. Habe ich vergessen. Das traut mich. Tut mir leid. Wenn einer das weiß, sagt mir. Bitte melden. Bitte melden. Bitte melde dich. Und beschimpfen. Dankeschön. Die können nicht schießen, weil die machen eine Aktion. Hier, ich habe hier so einen Mörser hinten. Du hast einen Mörser. Mörser schießt 48 Zoll ohne Sichtlinie. Auf den letzten Knob hier. Kommando. Den Kommando Knob. Den Knob wollen wir wegmachen. Wie sechs Schuss? Drei Schuss reicht. Mehr brauchen wir gar nicht. Die haben den Befehl übrigens bekommen, natürlich eins in beiden Treffenswiederung. Warum nicht? Weil da schieße ich ja durch die... Du schiehst jetzt auf die fünf, ne? Kein Treffer. Aber eine kleine Straße. Ja, dann an die Wildbahn. Richtig? An die Wildbahn. Du hast da so einen... Gewalt? Ja, so einen fiesen Gewaltmob hier. So einen Gewaltmob da hinten. Den ich gerne hätte schon teleportiert. Ich überlege gerade, wie weit so eine Wildbahn schießt. Willst du das mal kurz nachgucken? Ich gucke mal nach. So 48 Zoll Reichweite max. Dann scheiß... Du fängst mit der an und schießt auf meinen Gewaltmob mit 24 Schuss. So ist das, weil... Blast. Blast. Das erste Mal... Kein Minus. Guck mal, ich nehme mal... Wegen indirektem Schießen, weil du bist ja die Imperiale Armee. 20 plus 4. Auf die 4. Auf die 4. Weil die Imperiale Artillerie ist was Gutes. Die kriegt keinen Abzug beim Treffen dafür, dass du ohne Sicht schießt. Der Wurf war auch, glaube ich, sehr gut. Die sagen sie wahrscheinlich Unverschnitt. Auf die 5. Warum? Du hast schon 5. Ich habe Stärke 5, Kollege. Nein. Das ist der große Splittergranaten. Also der muss da wohl Stärke 5 haben. Dann wäre ich jetzt bitterlich enttäuscht, wenn so ein Riesenrohr genauso schlecht ist wie so ein kleines Rohr. Das wäre ja... Stärke 4, verwundet jeden Tag auf die 5, aber wiederholbar. Ich bin enttäuschend jetzt. Muss ich sagen, so ein bisschen. Aber ist ja so, ist ja normalerweise immer so, dass ich die Regeln besser kennen kann. Das ist so. Es hat auch ein alter Kodex, ne? Ein neuer Kodex wird der Stärke 6, wenn ich kriege. Auf jeden Fall. Und auch einen Durchschlag, den sie jetzt noch nicht... Oh, was ist das denn für ein interessanter? So, dann... Zwei Wunden. Das darfst du wiederholen. Freunde, ist der Cheese-Pulver etwa trocken, nicht trocken, sondern feucht? Oder was ist hier los? Ah, da sind wir. Ah, da sind wir. Da ist es schon. Äh, 7, ne? Ja. 7. 6 tot. Jawohl. Leider, der andere ist so ein Zoll zu weit entfernt. Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich war so völlig überwältigt davon. Der schießt auf irgendwas anderes. Der Kollege hier schießt auf die Grotz. Ja. Die stehen da so frech davor. Richtig. Die sind auf jeden Fall in Reichweite. Auf jeden Fall. Weil der Rest, der hat Widerstand noch höher, ne? Da musst du jetzt würfeln. Wohl so ein paar Bikes oder so einen fiesen Trupp von diesen mit den auf den Pferden da. Ne, ich schieße mir die Grotz ab. Ich glaube, der René hat fiese Pläne mit den... Ja, Macker halt, das ist auch fies. Das ist nicht so viel. 6, 7. 13. 13. Das ist... Oh, da fällt sich in Grenzen. Die wilde 13. Die wilde 13. Auf die 4. Na, guck dir. Trifft auch mal ordentlich. Auf die 3. Ha! Alles wiederholbar. Boah, schade. Ja, wie gesagt, es muss noch... Hätte ich jetzt genommen. 6. 6 tot. Juhu. Ja, wenn du jetzt aus jedem Trupp noch 6 rausschießt, ist das Spiel nach der ersten Runde vorbei. So, weiter. Weiter. Du warst übrigens die ganze Zeit vor gestern 6. Treffen auf dem Automat. Hast du vorkommen recht. Das hält mir gerade ein. Denken wir jetzt dran. Ähm, Panzerkommandant. Ah, ne, erstmal den Panzerkommandant mit der Punisher Gatling. Da macht das dann auch Sinn. Die schweren Flammenwerfer kommen nirgendwo hin. Wir haben jetzt 15 Reichweite. Punisher Gatling auf Flugzeug. Auf das Flugzeug. Auf die Org Force 1. Auf die Org Force 1. Den musste ich auch... Hab ich jetzt gar nicht lange gedacht. Den musste ich auch über die Hälfte bewegen. Also schießt der nur einmal. Gut. Ja. Zum Glück. Sind dann, glaube ich, nur 20 Schuss. Dann auf die 4. Treffen auf die... 4 Einseln wiederholen. 4 Einseln wiederholen. Und 6 Einseln sind böse. Direkt durch. Ich sehe gar nicht viele. 4 Stück. Ja. Das ist nicht schlecht. Weil du ja auch auf die 5 verwunden musst. Deswegen ist das schon mal wirklich nicht verkehrt. Jetzt mal auf die 5. Ja. Bis auf Panzerarsch mit Minus 1. Mit Minus 1. Ach, guck mal. Der war jetzt... Der war traurig. Der war nichts. Also wirklich nur die Hammer-of-Rust-Attacken haben verwundet. Das ist ja traurig. Auf die 5. Den zwei, du. Zwei von... Den zwei, du. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Das ist falsch. Ah. Jetzt weiß ich, was ich mache. Bei dem Kollegen gebe ich einen Kommandopunkt aus, damit ich nicht würfel die Anzahl der Schüsse für das Kampfgeschütz oben, sondern 12 nehmen. Okay. Wir fangen erstmal an mit den zwei Plasma-Kanonen. Auch auf diesen einen. Auf die Outforce 1 und der Gatekeeper auf ihn, ne? Und die Laser-Kanonen auch. Und die Laser-Kanonen auch auf ihn. Äh... W6-Schuss-Plasma... W3-Schuss-Plasma sind 5. Oh, schlecht. Ob die 4. Ob die 4. Eine wiederholen. Eine wiederholen auf die 4, 6. Ja. Gut. Auf die 3. Alle. Macht dann 6 Schaden. Ja. Dann ist der jetzt... Dann hat der noch 3. Das ist ja traurig. Ja, der macht jetzt gar nichts mehr. Der ist schlechter. Jetzt passt jetzt auf die 6. Dann fangen wir an. Laser-Kanone. Trifft. Trifft. Da ist die 6. Die 6 Schaden. Achso. Scheiße, das war jetzt die 6, ne? Ich muss den gleichen Würfel nehmen. Nein, der hat die 6 schon oft gebraucht. Dem anderen Würfel. Nee, dem schönen goldenen. Wer auch immer den ist. Wer den auch immer dem René geschenkt hat. Danke. Dafür. 4. Ja. Dann geht es ja jetzt relativ schnell mit dem. Weil jetzt kommen ja zu dem Schluss Geldkeeper. Ja. Da müssen die halt so noch 3 verbunden. 3 durchgehen. Keine 6. Noch keine. Also dieses nach den 6en Fischen und Hoffen, dass man 6 würfelt, überzeugt mich noch nicht so 100%. Also das ist die 2, das ist schon nicht verkehrt. Auf die 3. Kommandopunkt. Ach, Kommandopunkt kostet jetzt 2. Dann machen wir keinen Kommandopunkt. 5. 5. Mit minus 2. Auf die 6. Das ist tot. Gehe ich hoch. Nö. Ja, da sind eigentlich meine Flieger schon raus. Die, äh... Du spielst auch eine Nahkampfarmee. Da braucht man keine Flieger. Das ist der Grund, warum ich keine Harpie mitnehme. Weil die schläft immer, wenn du nicht anfängst. Die, äh, die Boys da haben ja auch schon eigentlich, äh, fast die Hälfte verloren. Ich glaube, wir sind... Bist du durch? Ich hab... Du hast ja einen Buzzle-Disk noch. Ah, stimmt. Du hast ja den Luftaufklärer aufgenommen. Den Luftaufklärer hab ich für den Buzzle-Disk gemacht. Ja, da kannst du den auch noch komplett wegschieben. Dann sag ich, wir füllen wir den vielleicht weg. Ähm, ich würfel 2 Würfel, suche mir 1 davon aus für die Anzahl der Schuss. 5. Was? Auf die 5 wiederholbar. Ja. Trotzdem schon gut. 3 Schaden sind schon mit minus 3. Ja, der ist schon tot. Ist schon tot. Ne, weil der geht durch, durch die Org-Flüger. Jetzt kommst du noch 9 ins Gremt. Ja, nicht hoch. Hast schon beide Flieger weggegeben. Das freut mich. So, da sind schon, äh, 330 Punkte. Ja. Dann mach ich mal Moral. Ja. Für die Jungs, äh, flieht einer. Dann hab ich noch 6, hab ich noch 14, Leute. Äh, 4, 8, 10. Ich mach erst mal 10. Dann 4 hinterher. Ja, sind noch 2 tot. Noch 3 tot. Also, 9. Ich mach mal, ich mal hin. Ich muss dann 9 wegziehen. Die, die, äh, Grotze. Ah, knallhart. Die haben's. Ja, was soll ich sagen? Du hast über 300 Punkte, ne, äh, über 400 Punkte in der Erste. Ohne getötet. Das ist schon sehr schwierig für mich, ne? Aber wir geben nicht auf. Du machst Punkte, du machst einen Banner. Ich mach einen Banner und ich mach Vernichterst. Und ich schmeiße das reizvolle Ziel weg. Genau, du hast jetzt 10 Punkte. Der Kommando-Typ. Der muss auch noch testen, der Kommando-Typ. Aber das ist der Chef von Kommandos. So. Äh, der flieht auch. Ah, oh. Das heißt, du hast auch 3 Einheiten getötet für 3 Siegpunkte. Und jetzt kommt meine Erste. Ah, okay. Stimmt. So, ich hab diese Karten gezogen. Was soll ich sagen, Leute? Ich hab sogar ein CP ausgegeben. Gezielte Tötung schaffe ich ja, äh, gar nicht. Deswegen hab ich, äh, äh, für den CP hinterfeindlichen Linien jetzt bekommen. Macht überhaupt keinen Sinn. Werde ich nicht schaffen. Zermürbt sie. Mehr Einheiten töten als Max. Ich schaffe nicht, diese Runde 4, äh, Einheiten zu töten. Er hat ja schon 3 getötet. Und keine Gefangenen. Ja gut. Kann ich anfangen. Kann ich versuchen. Aber das ist, das ist Malschrub. Ich mag das eigentlich. Aber ich hab bis jetzt noch überhaupt kein Glück. Ich zieh immer beschießende Karten beim Malschrub, ne? So. Ich hab mich bewegt. Äh, die Boys, äh, die, die Bikes, die hier nach vorne gekommen wollen, gleich, äh, wegen auch keine Gefangenen auf Rekruten schießen. Sentinels angreifen. Hier bin ich rumgekommen. Äh, will auch gleich, äh, hier ein bisschen rumballern. Die Jungs, äh, stehen, äh, hier so ein bisschen noch obskurt. Ich wollte das eigentlich so machen. Max? Ja. Damit ich in 3 Zoll noch eine Einheit stehen hab. Ja. Die Jungs sind nach vorne gekommen. Die beiden, äh, Buggys, ne, nicht Buggys, sondern Trucks sind nach vorne gekommen, damit ich, äh, am Marker stehe und gleich da rum kann. Ja, und das, was von meinem 20er-Mob hier übrig ist, steht da. Ja, und ich darf jetzt auch nur noch einen Spruch machen, damit fangen wir nämlich an. Und zwar, der Jump. Der Jump kommt. Absolut. Dann würde ich sagen, suche ich mir mal ein Plätzchen und, äh, stelle die irgendwo neu auf. So, die Schussphase wird eingeläutet und die Killer-Cockters schießen jetzt auf die Schimäre mit, jeder hat 2D3-Schuss, also 8D3-Schuss mit Bazookas. Das sind 1, 2, 3, äh... 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 3. 14. 14. Das sind 8, 10, 14. Ups, 5. Ja. Ja. Auf die 3. Das sind 2x mit minus 2. 3 Schaden. Ja, 200 Punkte, Killer-Cockters machen, 3 Schaden. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann, äh, schießen die Jungs hier, weil sie können, auf deine Conskripts. Und ich würde sagen, da machen wir vielleicht auch 5. Was haben wir für eine Stärke? 5. Okay. Dann brauche ich dir nichts anmachen. So, habe ich eigentlich gesagt, wo ich meine Orcs hingestillt habe? Nö, ne? Die Orcs sind da hinten hingekommen. Ja. 19 von den, äh, Sentinets weg. Sorry. Ja, die Biker haben geschossen, haben 3 getötet. Ne? Weil Max auch irgendwie 3 Sechsen beim Rüstungswurf geschafft hat. Oder 4 Sechsen. 4, 5 und 6, ja. Ja. Äh, die schießen alle mit ihren Speeren auf den, äh, juten Höllenhund rum. Max? Ja. Auf die 5. Die schießen mit Speeren. Dann habe ich noch Sattel-Git-Waffen. Auch noch. Oh, der ist schon besser. Ja. Aber das sind die Waffen, die total kacke sind. Auf die 6. 2 mal mit nix. Ja, gut. Was macht der Bombe? Die Bombe, die kleine? Stimmt. Die wird abgeschossen auf 2 oder höher. Ja. Da kriegst du W3 Tödliche. 2 eigentlich ist... 3. 3. Gut. Dann ist die weg. Da. Plup. Hatte Bombe gemacht. Also das ist ja wirklich ein Ork-Versuch, Leute. Ich versuche immer wieder Orks zu spielen. Aber ich merke an allen Ecken und Enden, wenn die... Ork ist doch eine Armee. Die müssen anfangen. Wenn die nicht anfangen, sind die total schlecht gefühlt. Mir fällt auch nichts ein. Weil ich schmeiße immer 1000 Würfel durch die Gegend und es macht nichts. Ich habe ja jetzt nur nichts gemacht, außer hier 3 Schaden, 3 Conskripts und hier... Auch 3 Schaden. Auch 3 Schaden. Das ist einfach nicht viel. Und das war jetzt meine Schussphase. Können die noch schießen? Ja, die Ork-Boys können noch schießen. Wie viel sind das? Noch 9, ne? 2, 4, 6, 8 mal. Ja. 9 mal auf die 5. 3 Treffer. Das ist der Schnitt übrigens. Ja. Auf die 5. Eine Runde. Auch das könnte schön sein. Und du rüstest. Auf die 5, ja. Ja. Du hast kein Minus. Ja. Dann sind wir auch durch mit Schießen, Max. Dann greifen wir an. Wir greifen an mit den... mit den Squickhawk Boys. Dein Panzer. Und dann mache ich Abwehrfeuer. Dann machst du Abwehrfeuer. Ja, eigentlich wollte ich hier machen, aber das sind ja richtige Arschlöcher. Das sind Arschlöcher. Deswegen machen wir da Abwehrfeuer. Mach das. Auf der Punkt bin ich runter auf 3. Ich habe wieder schon 6. Ich habe Stärke 6 mit dem großen Flammel. Gut, dann machen wir. Der hat 2, 4, 6 Schuss, ne? Ja. Natürlich. 9. Kann man machen. 8. 9. Auf die 4. 1. 1. Auch noch nicht ganz warm, das Zündhölzchen. 4 Stück, minus 1. Auf die 5, glaube ich. 1 tot. Achso, und ich habe noch einen Schleimfangwerfer. Und drunter. Nichts. Ne. Ja, gut, 1 tot kann ich jetzt nicht meckern, ne? Oh, mit einer 3. Here we go. Here we go. Das machen wir natürlich nicht, ne? Mit einer 10 komme ich da ran. Dann habe ich noch den Schleimfang. Auf die 3 hätte schon gereicht. Ja, ich weiß, aber mit meinen Boys dahinten charge ich. Ja. Auf die 9. Oh. Da bin ich drin und dann bewege ich. Und die Wackbiker greifen dann den Sentinels an. Das bewege ich und dann komme ich wieder. So, tatsächlich haben alle 3 Charges geklappt. Verrückt, ne? Wir fangen mit denen hier an. Ich gebe für die 2 Kommandopunkte ausfällert ungezügelte Gemetze. Das heißt, 5 und 6 Explodieren machen Zusatztreffer. Und ich habe halt auch alle Choppers im Nahkampf. Das heißt, die haben 3 Attacken pro Modell. Okay. Sind dann 5 mal 3 sind 15 Attacken. Und dann kommt noch der Boss dazu, ne? So. 5 Explodieren. Oh. Das sind schon einige 5. Das. 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 Und dann noch 3 dabei, ne? Guck mal. Ich nehme hier 2 mal Würfelgötter und 1 mal 40k zu. Und verwunden tue ich dich auch. Jetzt muss der Max mich immer wieder... Ich assistiere. Assistieren. Ich verwunde dich auf die 4. Weil ich als Goff Stärke 5 habe. Ja. So. Oh. Sechsen. Sechsen sind nicht schlimmer oder so. Das sind jetzt nur die ganzen. Ich mache schon ein ganz ordentlicher Wurf. Auf jeden Fall 5, 10, 11 Wunden. Mit? Minus 1. Habe ich nur eine 5er Rose. Wie viel Schaden? Äh, 1. 7, 8. 10, 11. Ja. Das ist einer tot und einer hat noch 4 Leben. Dann kommt der Boss. Da explodieren nur 6. Weil er ja minus 1 auf Treffer bekommt. Ist er oder unmodifiziert? Ich glaube, er ist unmodifiziert. Stärke 10. Dreimal mit minus 3 für 2. Da habe ich nichts. Äh, kann ich? Nee, nee, ist er tot, ne? Ist er tot. Genau. Das explodiere ich jetzt. Achso. Erstmal beide können explodieren. Einer explodiert für einen Schaden. Gut, alles klar. Dann gucken wir mal, wo wir weitermachen. So, das nächste Gemetzel findet hier statt. Das sind auch 9 Boys. 8 davon sind normale, ein Boss. 8 normale A3 Attacken sind 24 Attacken, Max. Trifft dich auf die 3. Jo. 6 explodieren. Ja, das war nicht schlecht. Es sind 5, 6 tatsächlich dabei. 5, 6 und 6 nicht getroffen. Da kann man nicht meckern. Also habe ich eigentlich fast alles getroffen. Und ich habe eine Stärke von 6. Deswegen verwundere ich dich auf die 3. Oh, ich, nee, ich habe sogar auf die 2 getroffen, weil ich ja ein Viechjäger bin und... Ich ein Fahrzeug. ...und du ein Fahrzeug bist. Dafür war der Verwundungswurf jetzt gerade nicht gut. Die erste Hand war nicht gut gerührt. Die zweite ist besser. Das sind 6, 10, 13 mal mit minus 1. Das könnte schon reichen. Hat gerade nicht gereicht. Gerade waren es 11, glaube ich. Ja, das ist richtig. Aber danach kommt noch der Boss. Der Boss hat noch ein bisschen was zu tun, weil einer hat noch... Oh, der war gut. Einer ist tot und einer hat noch 2 Läden. Gut. Das ist jetzt sehr gut. Der will. Ich habe schon mal 6 Treffer mit Stärke 8. Ja, genau. Mit minus 2 für 2. 4? 4. Tot. Kapopp. Explosion. Nein. Nö. Gut. Dann machen wir das mal kurz weg und dann schlappe ich mir Würfel fürs letzte Gemetzel. Doch zu den Grundsorbeitern. Erstmal die Jungs obendrauf. 15 Attacken auf die 3. Hast du da auch kein Bonus, weil das ein Auto ist? Ne. Doch, doch. Ich treffe auf die 2. Ja. Ich nehme mal mal 2 dabei. Ich nehme mal 2 dabei. Keine einzige 6. Was ich einen Bonus habe, ist nämlich... als Goff. Die haben Stärke 6 jetzt so. Aber ich bin ja ein Goff im Angriff Stärke 7. Das heißt, ich verwundere mich jetzt auf die 4. Der war gut. Kann man glaube ich nicht meckern. Das hat minus 2 für 2. Und 8 mal. Max. Dann kommen noch die Schweinchen. Ich glaube, das brauche ich nicht. 2 Scheiben. 2, 4, 6, 12. Ne, das brauchst du nicht. Aber... Die ist so hoch auf die 4. Ich nehme wieder hier den Hut. Ach, da ist die 6. Sogar die 6. Die explodiert. Für W3, ne? Der hat große Kerosintanks. Für 6 Zoll und W3 tödliche, ne? Ja, ja. Oder wolltest du nochmal nachgucken? Ich bin mir zu 100% sicher. Also die... Für sie W6 explodiert. Ist ja nur dein Panzer und meine... Genau. Mein Panzer kriegt... Drei. Und deine scheiß Kiecher... Ein. Juhu. Warum nicht andersrum? Ja. Alles in allem ging es jetzt tatsächlich. Ich habe 3 Einheiten getötet. Das ist... Das zählt jetzt für Zernürben. Das heißt, der Max muss jetzt 3 Einheiten töten, um mir das... Zunehmen, ja. Zunehmen, sozusagen. Ist jetzt nicht... Es ist ja so, dass er das machen kann. Definitiv. Ich werde jetzt nochmal nachher ein bisschen reinpeilen. Hinter feindlichen Linien schmeiße ich ab. Und keine Gefangenen lasse ich einfach mal auf der Hand. Und Zernürben, weil ich natürlich jetzt dafür vorgelegt habe, lasse ich natürlich auch auf der Hand. Also ich mache jetzt keine Punkte in Runde 1. Außer 3 Punkte primär, weil ich 3 Einheiten getötet habe. Ja. Und als nächstes muss der Max dann neue Karten ziehen. So, Max hat folgende Karten gezogen. Keine Gefangenen. Gar nicht so schlecht gegen Orks. Teleport-Preisender platzieren. Ist eine Aktion in der gegnerischen Ausstellungszone. Da fördert er seine Sions. Und kein Rückzug, kein Aufgeben. Ja. Warum sollten auch... Du darfst aber keinen Moravet-Test verpassen. Ja, ich weiß. Ich darf auch nicht den Marker verlassen. Ich wollte gerade vom Marker runter. Das wird ein bisschen schwierig, aber nicht unmöglich. Definitiv. Also du hast ja keine so schlechten Karten gezogen. Max hat sich bewegt. Ende der Bewegungsphase sind jetzt 2 Einheiten Sions geschockt. Die eine darf in 5 Zoll schocken. Weil ich die jötischen Gorgonen bin oder so ähnlich. Richtig. Und du hast... Die Einheit macht die Aktion Teleport-Peisender platzieren. Richtig. Dann dein Tank-Commander ist nach vorne gekommen. Da hinten sind... Da sind 30 Konskript aus der Reserve erschienen. Die anderen haben sich nicht bewegt. Die stehen noch da am Marker. Und du darfst ja auch nicht weg vom Marker. Ja, deswegen. Ich wollte die eigentlich so hier vorne schön, aber... Hier bist du mit der Chimäre nach vorne gekommen. Und vorher sind die ausgestiegen und machen auch ein Screen. Ja. Das macht ja Sinn, weil ich habe ja auch gleich noch so ein paar Schocktropen. Gut. Und du darfst nicht zaubern. Du darfst schießen. Ja. Ich musste mich mit einigen Einheiten so ein bisschen bewegen. Dass man mit Cardia immer nicht bewegt. Und dann die Einzel-Wiederholung ist echt nervig. Das ist für dich auch ungewohnt, ne? Ja. Also ich habe den Platoon-Commander hier. Der musste auch auf dem Marker stehen bleiben. Weil der stand ja vorher am Marker. Deswegen steht er so am Rand. Aber er hat einen Rekruten hier, wo er einen Befehl geben kann. Das heißt, die wiederholen Einsen beim Treffen. Gut. Die... Die habe ich auch ein bisschen bewegt, damit ich da hinschießen können. Was jetzt auch ein Fehler im Nachhinein war. Sonst hätten die alles wiederholen können. Aber die wiederholen auch Einsen. Weil wenn du einen Befehl gibst, zählt ja auch für einen in 6 Zoll Umkreis. Genau, dann sagst du, die dürfen auch Einsen wiederholen. Die dürfen alle Einsen wiederholen. Der Trupp hat sich nicht bewegt. Einsen wiederholen. Wiederholt alles. Alles. Weil er Cardia ist. Das ist stark, ja. Alle Trefferwürfe wiederholen. Vor allem gegen meine Bikes, ne? Die haben ja minus eins standardmäßig gegen den Rauchwolken. Ja, also eigentlich eh nur die Sechsen sind entscheidend. Genau. Weil ich treffe auf jeden Fall, das sind Rekruten. Der Panzerkommandant sagt sich wieder, befehle dann, wiederhole deine Einsen. Und der Kollege, der hat sich nicht wiederholt. Der wiederholt also die Einsen eh schon. Der hat sich nicht wiederholt? Doch, der hat sich auch wiederholt. Der hat sich auch ein bisschen bewegt. Ich bin so ein bisschen rausgefahren, einfach nur, weil es cooler aussieht. Also, wie das jetzt gerade so aussieht, Max, ich hab wenigstens ein bisschen Druck jetzt auf dich. Ja. Du musst jetzt auch schon, auch so neun Viechjägers, ne? Ich mein, du musst jetzt angehen, weil sonst machen die gleich Rekruten tot ohne Ende. Absolut. Deswegen wiederholt ja auch Einsen. Also, alles wiederholt quasi die Trefferwürfe, entweder ganz oder nur die Einsen. Aber gut. Danach hab ich noch ne zweite kleine Welle. Aber dann, aber das bloß auch dann bei Augs reichen im Prinzip, ne? Gut. Ähm, schießen, wo fängst du an? Äh, Schimäre oder so? Ich würde das machen, was jetzt nicht ganz so langweilig für das Publikum ist. Fangen wir mit den Schimären an. Die Flames in den Rücken. In den, von den, äh, Flammen, von den? Ja, von den, von den Bikes. Von den Bikes, okay. Mit drei Schuss. Was? Auf die vier. Oh! Oh, das ist natürlich mächtig. Äh, Fünfer. Natürlich ein Bike tot. Jawoll. Ist ja klar. Ich könnte hier auch irgendwann mal anfangen, wieder Rüstungswürfe zu schaffen. Der hat ja noch ne Eins da liegen. Wofür ist die? Ja, der hat gerade einen den, äh, Christian. Jetzt hab ich aber ein ganzes Mut erdeckt. Okay. Ähm, dann, äh, der Punisher-Captain in deine Schweinchen rein. Ja. 40 Schuss und die Flammenwerfer. Wir fangen mit den Flammenwerfern an. Sind drei Flammenwerfer. Achso, dann auch nur drei Würfel, keine sechs. Genau. Mach kein Quatsch hier. Äh, sehr schön. Ja, passt. Ja. So, wir setzen es raus. Komm, dann machen wir, äh, dass jetzt den Panzer aufkäme, weil das ist, du würfelst jetzt, warte, 14 plus 54 Schuss, ne? Ja. Wir machen das aber pro Einheit und sagen, was passiert ist. Können wir machen. So, die zwei schweren Flammenwerfer haben schon mal, äh, zwei getötet. Einer war ja angekratzt, ne? Ja. Und jetzt hab ich noch 17 Wunden von dem Geschütz und darf nur auf die sechs Rüsten, Max. Minus eins. Bei, ne, minus zwei. Minus zwei beim Flammenwerfer. Bei dem Minus eins, okay. Minus eins. Dann hab ich nur eine Fünferstücke. Boah, ich merke mal, dass der Stücke hier nicht so ist. Einer tot, zwei tot, drei, alle tot. Oh. Ne? Okay. Gar kein Problem. Rap, 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 rap. Einfach mal weggebrätselt. Ist schon mal eine, äh, ist ja auch Primärpunkte, ne? Ist richtig. Also, schon mal ein Primärpunkt. Weiter geht's. Äh, die nicht bewegten Rekruten in deine Bikes rein. Nur sechsten sind entscheidend. Genau. Aber ich wiederhole alles. Du triffst auf die sechs, darfst aber alles wiederholen. Auch das machen wir oft, weil das sind, äh, 60 Schuss mit alles, mit alles wiederholen. Nicht ganz, aber annähernd, weil... Genau, du hast ja nicht alle einen Schnellfall. Nicht alle einen Schnellfall. Das puzzeln wir jetzt auch nochmal eben auseinander, ne? Seht es uns nach. So, das waren jetzt 47 Schuss und tatsächlich, äh, Äh, 14 automatische Verwundungen, was ja stark ist. Ja, das waren aber die Wiederholungswürfel. Weil, die, die, genau, wegen den Wiederholungswürfeln. Wenn die jetzt noch auf die fünf verwunden müssten, Ja. Dann wäre, dann wäre, dann wäre das... Zwei Drittel raus. Dann würden zwei Drittel nochmal rausgehen. Aber 14 Wunden und Orks haben halt nur einen vierer Rüstungswurf, ne? Die Bikes. Die Bikes. Ein Bikes tot, was angekratzt war. Äh, zwei Bikes tot, drei Bikes tot. Rekruten schießen drei Bikes tot. Das ist einfach nochmal so. Und nur durch die Hämmer auf Gas geht. Ja. Wahnsinnig stark. Dann die bei, die Rekruten in die rein. Genau. Da machen wir Ähnliches. Da machen wir Ähnliches. Also ein Teil kann Schnellfeuer, ein Teil Einzelschuss, alles, ne? Nur eins wiederholen, weil die reingekommen sind, diese Runde. Die haben sich bewegt, ne? Die haben sich bewegt. Obwohl... Ich kann... Hast du da auch noch ein Zwettigem für? Ja, ja. In dem guten... Ich habe ja drei verschiedene Bücher, mit denen ich arbeiten kann. Ja. Und in dem Kriegsbuch... Ich habe nur einen Buch und der sind nur Scheißzwertig. Weil die Imperiale Armee ist noch im Kriegsgebiet Octaris unterwegs. Macht auch Sinn. Wir kämpfen gegen Orks. Und da gibt es nämlich einen die Stoßtruppen für einen Kommandopunkt. Und das bedeutet, dass ich als stationär gelte und dass ich den Durchschlag bei halber Reichweite um eins erhöhe. Also ich habe da nur eins am Durchschlag. Ja gut, das ist egal. Ich habe sechster Rettungswurf in dem Fall. Ja. Aber ich stelle als stationär, das heißt alles wiederholen. Aber du hast alle Trefferwürfe wiederholen. Super. Machen wir die nächste Einheit. Ich sage nur, Leute, Hammer of Rust. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Aber durch Treffen und Wunden, durch auch gute Trefferwürfe, und Trefferwürfe, Wiederholungen, hat Max so viele Wunden gemacht. Mit Konscripts, die auf die 5 treffen. Das ist unglaublich. Also, selbst wenn ich jetzt ein Space Marine wäre, würdest du wahrscheinlich... Würdest du ein bisschen schwitzen in der Lapplicht. Da würdest du bestimmt mindestens einen halben Intercessor-Trupp töten. Ja. Die sind tot. Sie sind weg, ja. Sechster Rettungswurf. Ich habe immerhin 5 geschafft. Aber ich glaube, es sind nur noch 8 Modelle. Insgesamt stehen da 9 Lebenspunkte. Du hättest die wahrscheinlich so ungefähr 2 Mal. Gut. Ja. Dann hast du noch weiter... Du hast ja noch ein bisschen was zum Schießen. Ich habe noch ein bisschen was zum Schießen. Du hast ja nur noch 2 Wyvern und 2 Panzer. 3 Panzer. Ne, 2 Panzer. Ja. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Der Trupp muss noch weg, weil ich muss ja dann ausgleichen quasi. Du musst mal in Zermürben ausgleichen. Dann will ich natürlich gar keine Sekundärpunkte... Das tut mir leid, René. Ja. Deswegen schießt der Basilisk auf... Ach, der trifft schlechter, ne? Dann schießt der Panzerkommandant mit seinen Plasma-Waffen auf die... und der Rest schießt was hinten auf die... Killercopter. Auf die Killercopter. Gut. Plasma. Zum Schuss. Minus 1 aufs Treffen. Natürlich. Treffen trotzdem. Ah, ne, eine nicht. Ja, natürlich 4 von 5. Und auf die... 3 sind die weg. Ja. Dann... Also, normalerweise sagt man, Orks punkten ja, indem sie nach vorne fahren oder nach vorne gehen und sterben. Aber ich krieg hier 0 Punkte. Nur mal so. Die Laserkanone. Trifft. Verwundet. Geht durch. Für 2. Lebt das Flugzeug noch, ne? Das war natürlich genau falsch. 4 Leben. Ja, fand grandios. Dann hat er... Ah, das ist natürlich jetzt der... Der Torwächter ist natürlich jetzt so mittelprächtig. Anzahl der Schüsse. 5. 1 wiederholen. Eine Autowunde killt ein. Ja. Und... Gegen Minus 3. Ne, Minus 2 nur. Minus 2, dann habe ich noch eine 6er gegen die Autowunde. Oh, holl. Und... 2 mal 6 plus. Stärke 8. Dann ist einer tot. Das ist der Angekratzte. Geht der hoch. Ja. Macht mir eine Mordwund. Und dann stirbt auch genau der. Und dann stirbt der andere. Das ist ja traurig. Das Arschloch explodiert hinter ihm und deswegen. Oh, super. Ja, dann hast du noch 2 Bibern. Und den Basilisk. Und den Basilisk. Der... Bock. Dann werden jetzt hoffentlich Grotzer am Widerstand 3, ne? Ja. Die 4. 3 mal mit Minus 2. Steht noch ein Grott. Ah! Ja, der geht über Moral. Was haben die für Moral? 4 wahrscheinlich. Das kann gut sein. Sonst müsste ich noch eine Wiver drauf schießen. Ähm... Ja... Ja, es sind noch 2 Bibern jetzt. Dann kannst du auch auf die schießen, ne? Ja, dann schießt der Basilisk auf die. Keine Ahnung, warum nicht. Mit 6 Schuss. Ja, ist jeder Schuss ein Treffer, ne? Ich hatte... Du hast noch keinen richtig schlechten Wurf gehabt, ne? Das ist Schnitt. Eine Autowunde. Ja, sind die weg mit Linus DS3. Ja, macht 6, also 2 mal. 6 Schaden. Dann haben wir noch die Wivern. Also die Killerkörper sind jetzt ausgelöst. Eine Wiver schießt auf den einen verbliebenen Grott, damit er weg ist am Marker. Ja, dann nehm ich da draußen nicht Würfeln. Brauche ich nicht Würfeln. Ein Grott steht auch noch. Und die andere Wiver schießt... Dann hast du 5 Einheiten getötet, Max. Ja, das tut mir auch so. Oli, guck mal. Was hab ich noch? Ich hab noch auf dem Spielfeld 2 Helden. Und 2 Trucks. 3 Helden und 2 Trucks. Ja, und dann schießt... 2 Runden schießen. Dann schieße ich... Wahnsinn, ne? Ich tut mir... Und gleich kommen noch 2 mal 5 Stormballs rein. Die eine Wiver schießt dann auf deinen... Auf den Wildball. Ja, damit der weg ist, weil dann kriegt er keine Punkte. Ich treffe aber schlechter. Weil ich schieße durch Gewir. 6, 12, 15 Schuss. Und Orcs waren mal der Knackpunkt überhaupt, dass die Leute sich gesagt haben, das ist die stärkste Armee. Ja, aber nicht die Komposition, die du hier... Ja, trotz auch... Aber die kannst ja auch nicht mehr spielen. Die ist ja auch alles teurer geworden. Siehst du, das reicht schon. 4 Sechsen. Ich rüste mal. Hab noch ein Leben. Mal 2 Treffer. Eine Wunde. Ja. Wiederholen. 2 Wunden. 2 mal 6 Schuss. Prost. Hast du 6 Einheiten diese Runde getötet? Angriffe hast du nicht. Du machst keine Gefangenen... Das könnten wir jetzt mal aufaddieren. Hab ich 3, 60. Teleport-Pleisender gibt 5 Punkte, keine aufgeben. Du musst doch gleich noch eine Runde machen. Muss ich noch aushalten, ja. Und ich zieh mal neu. Ich hab ja noch keine Gefangenen. Der Nürn geht weg. Hab ich nicht geschafft. Weil du hast meine 3 mit 5 oder 6 gekontert, ne? Ja. Blut vergießen. Oh, du musst das in den Nackern töten. Ja, das ist ja jetzt schon wieder vorbei. Und die 3 Einheiten. Das heißt, ich muss deine 2 Einheiten ziehen. Aber auch noch eine Runde lang aushalten. Warum ziehe ich eigentlich mal Kackkarten? Zweite Runde der Orks und mal wieder All-in hier. Der Junge... Also ich hab waag geschrien. Ja. Ich hab genug jetzt. Waag! Er ist nach hinten gegangen. Hier sind auch nochmal Stormboys am Homebase-Marker aufgetippt. Welche Charge ich schaffe, stehe ich immer noch am Homebase-Marker. Der Truck ist da an den Marker gefahren. Der hat mir wenigstens 4 Punkte primär gegeben, dieser Marker. Die Truckboys... Genau. Dann sind daraus advanced die Meganobs ausgestiegen. Sie haben jetzt einen 8er Charge zum Tank Commander. Dann die Truckboys. Der Truck ist 12 Zoll gefahren. Die Jungs sind mit CP-Wiederholungswurf allerdings. Ja. Mit 6 Zoll advanced stehen jetzt da vor den Conscripts. Der Waagboss will sich gleich die Schimäre schnappen. Und hier bin ich nochmal so... Das passt gerade so. 9 Zoll von dem Trupp aufgetaucht. Weil ich habe ja auch Blutvergieße. Ich muss 3 Einheiten im Nacken verschlagen. Und das versuchen wir heute. Ich kann eigentlich kaum schießen. Die sind advanced. Das ist alles advanced. Ja. Wir kommen zur Charge-Phase. Juhu. Ja, wirklich. Du musst das. Du musst das. Es gibt keine Schussphase. Es gibt keine Zauberphase. Ich begreifend an, Max. Das fängt schon mal gut an. Ich muss mir mal kurz neue Würfel holen. Ja, neue Farbe. Bei der Löffel 1 ist beides. Ja. Der hier. Komm rein. Jetzt hat der ja diese Regel. Er nimmt den Kopf runter. Okay. Auf 5 oder höher. Quatsch. 5 Würfel auf 4 oder höher. Hier ist eine tödliche Brücke. Okay. Oh, meine Ahnung. 4 Tore. Einfach mal so. Puck, 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 puck. Weggenackt. Wenn das nämlich so ist. Also, da könnte ich sogar ganz fies den Hintersten wegnehmen, dann bist du nicht mehr im Nacken. Dann greifen die Stormboats an. Aber das machen wir nicht, René. Weil es muss der Chef stehen bleiben. Ja, der bleibt. Der wird eh gewandert. Dann würde ich auch nicht Chargen wollen. Das passt ja dann. Dann greifen meine Meganops deinen Panzerkommandanten an. Kommt nicht ran. Neue Würfel. Here we go. Here we go. Auf geht's. Mit einer 7 komm ich ran, glaube ich. Ich will gucken mal. Müsste unter 8 sein. Ja. Genau. Komm ran. Schieb ran den Lachs. Und meine Boys in deine Rekruten. Mit einer 7. Ich glaube, da geht dich einfach mal ab. Und hier die Jungs in deine Jungs. Nummer 10. Auch noch. Gibt's jetzt Abwehrfeuer? Ja, sicher. Letzten CP. Kurz ein kleiner Nachtrag. Ich hab's mir nochmal ans CP abgezogen, weil der Befehlswiederholungswurf vom Vorrücken ja 2 Befehlspunkte kostet. Und hier bin ich natürlich mit einer 9 auch reingestürmt. Max hat jetzt hier Abwehrfeuer gegeben, weil der einen Flammenwerfer hatte und hat einen rausgebrutzelt. Ja, und der Rest hat nicht getroffen. Der Rest hat leider nicht getroffen. Doch, einer hat getroffen, René hat eine 6 gerettet. Und ich hab mir eine 6 gerüstet. Wir fangen erstmal lockerflockig hier an, auch zu kämpfen. Der Boss hat eine Ehe, der hat nicht eine Ehequelle, der hat einen Shopper. Dann fangen wir mit dem Boss an und dann ist... Achso, dann ist... Ja gut, dann... Und dann hab ich noch 1, 2 und 3 Männerküssen. Treff dich auf die 3 und verwunde dich auf die 3. Wechsel, explodieren. Ja, auch nicht so berühmt. Kommen aber 4 wieder rein, dann war der gar nicht so schlecht. Auf die 3. Und das mit minus 1. Das sind 8 Mal. Wir werden auf jeden Fall nicht sterben. Ach, tot. Ach, tot. Aber der Trupp wird überleben, weil das ist ja ein neuer Mann. Dann machen wir mal noch die Mega-Nops. Du kannst übrigens auch nicht mehr dazwischengrätschen. Die geben sich 2 Kommande-Punkte und die schlagen Hertha zu. Hertha. Hertha, ist das nicht so eine Fußballmannschaft? Oder die machen auch Wurst? Die Absteiger. Die machen auch Wurst, ne? Beides. Hertha-Wurst. Gibt's auch. So. Dann kommen meine Mega-Nops. Die treffen jetzt auf die 4. Das war schon mal extrem schlecht. Ich hätte mich in der Kung werfen sollen. Ich habe prinzipiell schon was Sinnfreieres ausgegeben. Das ist doch gut. Da sind wir doch genau hier beim richtigen Spiel. Drei Sechsen kommen dabei. Ich habe eine Stärke von 10. So, das ist jetzt. Da ist ja jetzt natürlich noch ein Rüstungswurf gegen. Und zwar 7 Mal mit Minus 3 hast du noch ein Fünfer. Die Mega-Nops. Mega-Nops auf dein Kampfpanzer hinten. Ich dachte hier, die Rekruten werden vermöbelt. Ich war gerade hier. Ich habe eine 2-Hose. Minus 3 ist die 5. Oh. Drei Schadenflat jeweils. Geh da hoch. Ja, sicher. In dein Gesicht, dreckiger Ork. Hättest du jetzt auch safen können. Nö. 2,5. Ne, noch nicht ganz im Nahkampf getötet. Dann, Max. Ich würde sagen, machen wir mal den Waag-Boss. Der hat 5 Attacken so. Er hat einen B-Side-Mäntel an. Und er hat Waag geschrieben. Ja, wie ein Mäntel. Auf die 2. Dann einer raus. Aber 2 Sechsen dabei. Weil ich angegriffen habe, habe ich Stärke 7. Auf die 4. Da hast du ja noch Rüstungslufe. Du machst nur Minus 2. 5 Mal Minus 5. Äh, 5 Mal Minus 2. Für 2. Sind 6 Schaden. Lebt das noch? Oh, lebt das? Dann habe ich aber noch den Hai. Ich wollte das sagen. War noch nicht alles. Fast wie ein Hai, die Katze. Geht dabei. Auf die 4. Was ist das denn? Ne, der hat Stärke 7. Einer. Minus 3. Für 3. Für 2. Für 3. Ist doch egal. Ich habe nur ein Leben. Kaputt. Gehst du hoch. Zum Glück nicht. Dann Max. Ja, den da hinten nehme ich weg. Den einzelnen. Den, ja. Der Headwopper Skill Shopper Typ. Haut zu. Du musst halt nicht würfeln. Ich nehme doch weg den einen Helm. Er ist tot. Mit Minus 3. Und das hier, liebe Leute. Das machen wir jetzt auf. 12 Jungs. A4 Attacken. Chef hat 5. Ohne Strategies. Weil ich... Das sind ja Truck Boys. Und dann hauen wir jetzt nur zu. So, 17 Wunden haben die Truck Boys gemacht. Bei den Rekorden. Du hast 5er Rüstung. Ja. Minus... Minus 1. Dann hast du 6er. Also würdest du den halben Trupp... Ja. 17 Stück. Du hast den halben Trupp, über den halben Trupp ausgelöscht. Dann würde ich sagen, entfernst du jetzt. Und dann schlägst du nochmal irgendwo zurück. Ich muss den Moralwert bestehen. Du musst gleich den Moralwert bestehen. Ah. So. Der Gegenschlag hat natürlich nichts gebracht. Jetzt kommen wir zur Moralphase, Max. Ja, der muss ich ja bestehen. Die werden eigentlich benötigt. Die werden benötigt mit beiden Trucks. Wir fangen erst bei den Kleinen an. Ja. Hier, wo nur die zwei Männer stehen. Die laufen weg. Ja, einer. Und dann der Letzte. Die läuft auch weg. Sehr stark. Cardia halt, ne? Sehr stark. Man will sich erwarten, wenn du keine Catarano spielst. Dann die Weißbleche. Die müssen auch eine Eins würfeln. Die brauchen jetzt wirklich eine Eins. Auch eine Zwei. Ich glaube, hast du den Moralwert für Test verpasst? Ach, Moment. 17. Wie ist der Moralwert? Ach, nee. Du hast verpasst. So. Ich habe aber einen Lord Kommissar daneben stehen. Darfst du nochmal wiederholen, ne? Paff. Einer wird exekutiert. Achso. Du hast den. Genau. Okay. Darfst du nochmal wiederholen. Es ist noch keiner gestorben zusätzlich zum Fliehen. Es ist noch keiner zusätzlich gestorben zum Fliehen. Früher waren die dann direkt furchtlos. Das hat aber Games Workshop erratiert, weil es zu krass ist. Exemplarische Exekution. Genau. Also ich darf einfach nur den Wurf wiederholen. Ich meine, so war das. Wir nehmen hier den guten. Ah, der war fast die Eins. Jetzt ist noch einer tot. Und dann musst du zählen, ne? Ich nehme hier nicht den Amarker, René. Ich nehme hier hinten einen. Dann sind 13 noch übrig gewesen. Die sind Minus 2, die exekutiert bzw. weggelaufen sind. Noch 11. Sind noch 11. Auf die 1 und 2. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh, da gehen nochmal viele. Oh, der war ja so. Da stehen nur noch 3 Stück. Stehen noch genau die mit der Ehe. Sind halt nur Rekruten. Oh, das war jetzt aber viele. Viele 1 und 2. Wahnsinn. Wie geht der da aus? So, Max. Blut vergießen. Glaube ich mache ich, ne? Sind wir uns einig, dass ich 3 Einheiten getötet habe. Ja. Keine Gefangenen habe ich jetzt auch 30 getötet. Das ist auch die 30, ja. Und ich kriege meine Punkte nicht für dieses... Weil du den Morave-Test verpasst hast. Genau. Weg damit. Linie halten schmeiße ich ab. Obwohl, ne, schmeiße ich nicht ab. Kann ich ja gleich nochmal versuchen zu scoren. Stimmt, wenn der letzte Trupp da weg ist. Wenn der letzter Trupp weg ist, ne? Und jetzt kommen wir zu Orcs, Turn 3, Max zieht weg Karten. Nee, Max Turn 3. Max Turn, Max... Imperiale Armee. Max in Astra Turn 3. So, nach Runde 2 geben wir jetzt mal einen kurzen Zwischenstand. Max hat 33 Punkte geholt bisher, primär und sekundär zusammen. Und die Orcs haben 20 Punkte geholt. Wir gehen jetzt in Max Turn 3. Und Max hat folgende Karten gezogen. Bastion verteidigen. Hervorragend. Ja, das ist mein Marker. Da komme ich nicht hin, theoretisch, ne? Außenposten einnehmen. Und Säcke, wenn wir am Ende zu... Deine, dein Marker halten. Habe ich leider, ist sehr schwierig. Also da müsste ich schon weit vorrücken und so weiter. Das ist schon nicht so einfach. Und zermürben kannst du schaffen. Kann man, kannst du jetzt gut vorlegen für, ne? Ja. Dritte Runde oder vierte Runde? Dritte Runde. Wir haben uns schon so viel getötet, ne? Er hätte ja jetzt auch schon letzte Runde sein können, ne? Das ist richtig. Aber wir sind in der dritten Runde Astra Militarum. Hier bist du vorgerückt. Bist leider nicht an meinen Homebase Marker gekommen. Aus der strategischen Reserve sind nochmal 30 Rekorde gekommen. Welle um Welle. Wahnsinn. Die Jungs sind advanced, ne? Ja. Stecken das Gelände, können gleich da durchschießen. So haben wir aber die Regeln da. Weil die Befehl bekommen. Genau. Schießen und vorrücken. Vorwärts für den Imperator, ne? Exakt. Hier bist du zurückgefallen mit deinen zwei Rekruten Rest, ne? Und ja, jetzt muss das nur stärken. Du musst jetzt die nächste Welle Orks brechen. Womit fängst du an? Mit Befehlen. Der sagt eins wiederholen. Und tendenziell, weil er sich nicht bewegt hat, Dürfen wir alles wiederholen. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Ich sage, er macht den KD-spezifischen Befehl. Panzerbefehl. Die Anzahl der Würfel für die Attacken wiederholen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja. Die wiederholen eh die Einsen. Der andere Panzerkommander ist tot. Der gibt denen den Befehl zurückfallen und trotzdem schießen. Weil ich es kann. Der da hinten... Die zwei Armen. Ja, die Dürfen, falls was überlebt, schießen die nochmal rein aus Rache. Der Kollege hinten gibt denen in sechs Zoll den Befehl vorrücken und trotzdem schießen. Und das war's. Gut. Womit fängst du an? Wir machen mit Sicherheit wieder ganz viele Sachen off-cam. Ja, also da hinten den Beschuss auf den Panzer, das macht wenig Sinn. Und auch die auf die Meganobs. Wir kommen dann wieder, immer für die Rüstungswürfel wahrscheinlich. Ich würde anfangen mit dem Panzerkommandanten. Highlight direkt in deinen Chef rein. Alles Mails. Alles was ich habe. Ist mir egal, was da ist. Gut. Der wird jetzt verreckern. Laserkanone. Ins Gesicht trifft. Verwundet nicht. Verwundet nicht. Ich habe nur 1 CP bekommen, die Runde. Hashtag Nose... Äh, du kannst... Kost 2 CP. Kost 2. Hast du wahr. Kannst gar nicht 1 CP. 1 CP müsste ich für... Weiß ich nicht, was ausgeben. Mir fällt gerade keine... Ach, für Stoßtruppen oder so was kann man das ausgeben. Gleich. Egal. Ist mir auch so ein Stoßtrupp. Oh, da stehen die sogar... Das ist stationär. Das macht sogar noch... Dann ist... Machen wir den... Okay. Gatekeeper. Den... Die Plasma-Kanonen. Die bauen Spannung auf. Also nochmal so. Ich reduziere auch Schaden um 1. Deswegen ist Überhitzen nicht gut. Aber du musst Überhitzen anmachen, damit du... Damit du mich auf die 4 verwundest. Sonst verwundest du mich auf die 6 sogar. Dann machen wir das. So, Plasma-Kanonen überhitzen trotzdem, damit es auf 4. 5 Schuss schon wieder. Die ganze Zeit sehr seriös. Sehr, sehr seriös. Minus 1, weil du hier durch das Gelände schießt. Das habe ich nicht berücksichtigt bei meiner Kalkulation. Das ist natürlich... Das ist natürlich doof. Auf die 4 jetzt? Habe ich wirklich nicht bedacht. Keine Wunde. Jetzt muss ich der Gatekeeper richten. Der Torwächter. Sonst kommt der Hai an, Max. Brauche ich gar nicht wiederholen. 10 Schuss sind gut. Den Hai, den muss ich jetzt... Fast wie ein Hai, der Lachs. Versteht man nur bei Rohrhemmer-Spielern. Einen sind wiederholen. Oh, das ist gut. Der war wirklich... Der ist auch so schon sehr gut. Schon Schnitt. Ein Überschritt. Die 3 haben dich so ein bisschen... Auf die 4. Art as Nails. Max, die 3. Runde. Und ihr pass auf. Jetzt kommt der Rettungswurf. Ne. Macht 2 Schaden. Und da habe ich noch ein Phenopein gegeben. Mach ich... Einen Schaden. Der ganze Panzerkommandant. Einen Schaden. Das war... Das hast du verwürfelt. Das kann man so sagen. Das war jetzt traurig. Dann hilft es nicht viel. Dann muss der Basilisk auch dann draufrotzen. Machen wir auch noch. On-Cam. 5 Schuss. Seriös. Die 3 kann es dann nochmal neu würfeln. Vielleicht ist es jetzt 6. Alter, du hast ja keinen Katachan. Genau. Guck mal, der René spielt auch lieber die coolen Regimente. Habe ich so ein langweiliges Kadier. Aber 1 wiederholen beim Treffen. Oh, 2 Sechsen. 2 Autowunden. Sehr, sehr wichtig. Wichtig. Habe ich gar nicht beachtet. Auf die 4. 3 Wunden. Du hast die stärker 9. Ja, aber du verwundst mir auf die 4. Minus 1. Ich habe ja schon 7. Minus 1 da noch dabei. Ja, genau. Minus 1 auf Verwundungswunden. Meinst du, warum der ganze Zeit so schlecht ist? Ah, ich... Ja, okay. 5er Retter. Ha! Mach dann 3 Schaden flat. Mach 4 Schaden flat. 4 No Pain. Sicher 3 Schaden. Hat er 4 schon verloren, ne? Hat er noch 5. Noch 5. Das ist amüse ich jetzt, ne? Aber der kommt gleich an und haut den Lord-Kommissar auf. Macht kann passieren. So. Jetzt kommen wir, glaube ich, in den Bereich... Der Wivorn. Der Wivorn. Die Wivorn müssen natürlich hier das da vorne und den schweren Bolter da rein. Gut. Ähm... Schwere Bolter erst mal. Auf den Ei. Auf den fiesen 1 wiederholen, weil wir uns nicht bewegt haben. Einer. Auf die 6. Du folgst mich auf die 5 mit dem schweren Bolter. Minus 1 auf die 6. Alter. Okay. Ich will jetzt auf die harte Tour. Danke für diese Lehrstunde. Max. Wie viele Orks leben da noch für... Äh... 7, 14. Vollschuss. Weil es sind 12. Oh. Dann 24. 24 Schuss. Wir kommen bei den Rüstungswürfen wieder. Ja. So. Max hat 8 mal verwundet mit der Wivorn. T-Shirt-Safe. Oh. 7 T-Shirts. 7 T-Shirts. Ja. Dann die andere Wivorn. Die können ja auch noch schießen. Ja, stimmt. Die können ja ihre 4 Schuss da reinmachen. Warum nicht? Hier Rekruten. Nichts. Die sind verängstigt. Dann der Ortkommissar. Laserpistole. Lutent. Lutent. Pluton Commander. Oh, nicht. Wir wollen eigentlich treffen. Dann die Wivorn in die 4 Mann rein. Weil da ist nicht mehr so viel Moral und so. Vielleicht gehen noch welche. Aber die Jetbike-Typen machen mir Angst. Oh. Das ist 8, 9, 10. 10 Schuss. Also, wenn wir das als separate Dichte Deckung zählen, schießt du nochmal wieder durch Dichte Deckung, ne? Wenn die unterbrochen ist, und ich da kein Gans sehe, dann ist es eine separate Dichte Deckung. Dann treffe ich auf die Traurige 5. 10. Aber jetzt machst du einfach 5, 6 und 7, 6. Ja. Ja, 2, 6. 1 und wiederholen. Also 1. Ah, das ist stark. Das ist trotzdem gut, Max. Wunden. Wiederholen. Weiß der Scheiß. Splitter. Mörser ist 4 Wunden. 4 Wunden. 3 Normale. Lebt noch einer von den Normalen. Lebt nur noch der Boss. Okay, der läuft dann gleich weg, weil er nicht Moral verkackt. Verscheiden. Achso, der hat noch seinen schweren Bolter, den schieße ich dann da rein. Ja, das zu tun. 2 Schwerfer, auf die 4. Einer tot. Einer weg. Und 8 tot. Ja, der Rest wäre dann halt das Gerödelskram da rein. Und das machen wir jetzt auch gerne. Fangen wir mal mit dem Trupp an. Auf die Jungs. Schießen jetzt. Weil ich habe auch 2 Euro. Für meinen einen letzten CP gebe ich aus, dass die als stationär gelten und einen Durchschlag auf die Helferreichweite bekommen. Das nennt es, das ist in dem neuen Kadia-Supplement, das nennt sich Stoßtruppen. Stoßtruppen. Und deswegen müssen wir es oft machen, ein paar schießen auf Halberreichweite. Die haben dann DS, das ist wichtig für meine 2er Hose. Und die anderen schießen. Das ist ungeheuer. Das kann man nicht filmen. Ihr wollt das nicht sehen. Ihr wollt, wir kommen zu den Rüstungswürfen wieder. So, Max hat 10 Mal verwundet mit den Rekruten, die Mega-Nops. 9 Mal mit Minus 1. Ja. Auf die 3. Der war sehr, sehr mies. 4 Leben. Und einmal auf die 2. Oh. 5 Leben. 5 Leben. Gut. Sind anderthalb tot, ne? Anderthalb tote Orkse. Orkse. Orkse-Dreck. Äh, nee, warte. Anderthalb tot, mach mal so. Zack. Ne? Hm, dann schießen wir ein bisschen noch, damit hier hinten was geht. Und der Rest auf das Auto. Hier drauf auf die Jupps. Und der Rest auf das Auto. Gut. Wir teilen auf, wir würfeln und der... Na, hier war's wieder. So, es war ein Battle Report, wo sehr viele Schnitte sind. Aber es macht Sinn, ne? Es ist unglaubliches Gewürfel. Max hatte jetzt auch sogar noch Feuer aufgeteilt. Die treffen den schlechter, die treffen die besser. Max hat jetzt 3 Wunden bei den Mega-Nops gemacht. Ne, nicht bei den Mega-Nops, bei den Orks auf dem Marker. Ach, bei den Orks auf dem Marker. Bei Mega-Nops war einer, den hast du schon abgebuchtet. Auf dem 6. Ha. Zwei tote. Jo, dann sind wir doch schon in der Moralphase, oder? Ne. Ich würde nur einen Angriff ansagen wollen. Dann mach das mal. Der Kollege hier auf den einen... Der Platoon-Commander. Der Platoon-Commander. Vielleicht, aber der hat zwei Leben, deiner, ne? Ja. Ich glattisch dir wahrscheinlich. Ich hab ein Kettenschwert. Ja, das kann man so schaffen. Kann man versuchen. Komm. Wir machen eine heldenhafte Aktion. Neun, so, der kommt ran. Er fackelt nicht lange. Er fackelt nicht lange. Hat dann vier Attacken, müsste er haben. Und ein 3 plus Kettenschwert. Ja. Hab ich vier. Ein Treffer. Auf die 5. Vielleicht trifft er sogar auf die 3, ist ein Held, ne? Da bin ich mir nicht sicher. Ah, ein Schaden. Da willst du eben nachgucken. Weil ich krieg auf jeden Fall einen Schaden. Ich hab ja dagegen keinen Safe. Hast du nicht mal einen Rettungswurf dagegen? Nein. Das ist ein Luftbeschuss. Das er der Company-Commander hat. Auf jeden Fall trifft er auf die 3. Den spiele ich sonst immer. Und der Color Sergeant Kale trifft auch auf die 3. Aber der Pluton-Kumpel trifft auch auf die 3. Ja, du hast nur einen Treffer mehr. Und eine 5 ist er weg. Das ist die 5. Dann hat er den mal eben weggemacht. Ja, so muss das sein. Ja, brave Soldaten und so. Ich muss Morave-Tests machen. Und zwar für meine, für die hier. Für die. Das ist die 1. Ah. Für den Nebraten. Für Gorg und Mord. Und die Knops wahrscheinlich nicht. Ja, die haben 7, haben einen verloren. Ja, das passiert. Du machst... Ah, hier. Die. Genau. Ah, dafür gib 2 aus. Wie? Ja. Automatisch Moragenstand. Ah, das heißt, da leben die 4 Vögel in der Mitte. Ich muss jetzt hier auch Sachen abbinden. Das ist voll wahr. Und machst du Punkte, Max? Hast du die Unverteidigung? Hab ich gemacht. Bist du noch dran, ne? Oder hast du jetzt gemacht? Oder hast du aus der letzten Runde? Ist aus dieser Runde. Nächsten Gegnerschenzug. Also ist noch dran. Außenposten ein. Außenposten ein. Den habe ich noch nicht, aber würde ich gleich versuchen, zermürben. Ich habe vorgelegt, nicht so viel, ne? Du hast eine Einheit getötet. Oder war diesmal... Du hast eine Einheit getötet, ne? Die haben leider überlebt. Die haben auch überlebt. Stimmt, du hast nur eine Einheit getötet. Ja, weil ich so traurig gemörsert habe. Richtig. Willst du ablegen? Ja, ist ja eigentlich egal. Die geht ja eh nicht zur Runde weg. Richtig. Linie halten habe ich ja noch drin, ne? Ich ziele neu ein reizvolles Ziel. Attempting Target. Und lass die Banner wehen. Ich darf mir ein Ziel aussuchen. Du dürfst jetzt ein reizvolles Ziel aussuchen. Im Niemalsland? Ja. Den machst du ja beide. Das eine hältst du ja jetzt schon. Das andere hältst du jetzt auch schon. Und das dritte wird deinen Chef da halten. Ja, dann such die. Aber dann muss der Chef auf dem Marker bleiben. Das Ziel ist das reizvolle Ziel für den René. Das, was bei mir ist, hier links. Banner kannst du versuchen. Gut. Dann behalte ich die. So, dritte Runde der Orcs. Die sind ein Stück hierhin gekommen. Er ist an den vorbei. Die wollen die jetzt gleich töten. Und dann zusammen auf den Marker. Ja. Der Truck ist nach vorne gefahren. Stellt sich so ein bisschen zwischen Marker und Figuren von Max. Der andere Truck ist advanced. Er stellt sich. Er macht das Loch zu. Damit die Welle da nicht durchschwappt. Mega-Nob sind fünf Zoll nach vorne gekommen und stellen Banner auf. Natürlich machen die Banner auf. Die braucht Punkte. Irgendwer muss, ja. Der High ist nach vorne gekommen. Die Boys sind nach vorne gekommen. Und jetzt haben wir noch eine ganz kleine Schussphase. Die vier Boys schießen auf deine zwei mit... Auf die zwei Rekruten. Auf die zwei Rekruten. Das ist nicht nett. Treffen nicht. Gut, dass es gemacht hat. Ja, die sind nach vorne hier holen. Der Truck schießt auf deine Rekruten. Oh. Vier Treffer. Der ist ein Ziehwasser getrunken. Auf die drei. Dreimal Verwundeten. Kein Minus. Zwei tot. Na gut. Okay. Dann habe ich noch drei... Ach nee, das ist nicht okay, René. Moral. Weißt du, was du mir damit angetan hast? Ja. Dann habe ich noch die drei Stormboys auf deine Seons. Das ist ja ganz viel Würfel. Und dann sind wir schon wieder in der Charge-Phase, Max. Ja. Ist das nicht gut? Der Hai greift deine Rekruten und dein Lieutenant an. Das hast du ja hingestellt, ne? Und die greifen Rekruten und Lord Kommissar an. Und noch neun. Bin ich auch da dran. Sehr schön. Gibt es gleich ordentlich Kasala, ne? Und habe ich noch ein... Ach ja, hier hinten. Kommt mit, Jungs. Äh, andersrum. Stormboys. Fünf Zoll. Passt. Und der Chef... Äh, kommt auch ran. Da nimmt er wieder den Kopf runter. Und macht Mortal Wounds. Für drei Stück. Drei tote. Drei tote Sion sind schon mal... Ich nehme die Einheit weg. Die sind schon mal weg. Du wirst den Rest ja auch auswischen. Da muss ich gleich noch nachpeilen. So, erster Nahkampf. Ich nehme... ...meine... ...äh... ...normalen Ork-Jungs. Der... Wir haben noch zweite Runde Waag, übrigens. Aha. Der Chef hat dann drei... ...Spalter... ...Waag. Und ich hau natürlich komplett auf... ...dein Lord-Kommissar. Der hat ein Fünfer Rettungsrohr. Würde... Würde bitte informieren. Danke für diese... ...wichtige Information. Ich hoffe, ich mache ihm so viele Wunden, dass das egal ist. Was hat jetzt den Widerstand? Drei. Ich bin ein normaler Imperialer Mensch. So, mit Minus 1 sind 8. Wann hat er 8? Für wie viel Schade? Für 1. Also muss ich nur über die Hälfte schaffen. Ja, mach... ...ne, ich weiß. Die Hälfte haben wir geschafft. Immerhin hat genau viel Leben verloren. Er hatte genau viel Leben. Er ist tot. Er ist leider tot. Explodiert er. Er hätte nicht Reneser Gesicht sehen müssen. So. So. Jetzt ist es ja SimSosha mein Marker, deswegen ist es nicht so schlimm. Der Hai will den Lieutenant beißen. Das nicht, ne. Und der... Nee, überhaupt nicht. Weil der scharfe Zähne hat. Und der Chef haut die Rekruten tot. Alles? Ja. Auf die 2 haben sie tot. Und jetzt kommt der Hai. Der macht wie viel Schaden? Drei. Der hat kein Rettungsrohr, gar nichts. Warte. Ich will aber Würfel wegen Morten holen. Bei einer 6 kriegt er drei Morten. Oh, guck mal. Zweimal mit minus 3 für 3. Ah, gut. Da habe ich nichts gegen. Ich dachte, der verrundet vielleicht nur auf die... Und meine Wargboys-Peilung in deiner Wyvern rein, ne? Dann darf die Wyvern aber noch attackieren. Das darf sie wohl tun. Bist du sicher? Ja. Jetzt kommen drei Sechsen. Ah, da war fast einer. So. Ich mache... Max, Liege halten... Ich glaube, ich brauche jetzt noch eine Runde, ne? Ich glaube schon. Diese Säcke kann nicht in der ersten... Wenn du diese Säcke hörst, in der ersten Schau... Ich habe wahrscheinlich nur eine Chance, reinzukommen. Am Ende des nächsten zu... Dann gehe ich noch. Ja, ja. Ich habe nur eine Chance, reinzukommen. Hättest du gemacht, genau. Reizvolles Ziel, lass die Donner wählen. Mach beide. Ja. Zehn Punkte für mich. Ich mache drei Einheiten tot. Und ich habe sieben Punkte primär bekommen. Super Runde für mich. Ja, jetzt muss ich nur... Du verteidigst aber deine Bastion. Ja. Und der... René zwingt mich... Und du... Jetzt den Wyvern hast du auch nicht. René zwingt mich dazu... Den Moralwerttest für die Rekruten. Die Weißbächtchen. Richtig. Ja, Moral 6. Ich habe zwei verloren. Nein. Nein, natürlich. Jetzt musst du... Viele Würfel, Würfel. Sieben, zwanzigmal Würfel. Kommen wir gleich wieder aus dem Karten. Max hat noch ein paar Figürchen verloren. Und jetzt zieht er neu. Städten untersuchen. Und niemals Land sichern. Gucken wir uns kurz an, dann kommen wir wieder. Ja. Dann machen wir am Ende der Bewegungsphase. Zeigen wir, was du für Karten machen. Es steht gerade 45 zu 40 für mich. Richtig. Weil ich die Bastion gesichert habe. Und das ist relativ knapp aktuell noch. Vierte Runde. Astra Militarum. Die Wyvern hat sich gelöst. Ist hier rumgefahren. Hat sich an den Marker gestellt. Ja. Nichts bewegt, damit du einigen wiederholen darfst. Nichts bewegt, damit du alles wiederholen darfst durch Befehl. Ja. Und die Rekruten sind nach vorne gekommen. Genau. Damit du gleich ein bisschen... Den Marker muss ich halten. Den Marker muss ich halten. Den Marker muss ich halten. Zwei Marker niemals enthalten. Richtig. Deswegen muss das jetzt sterben. Genau. Weil mein dritter ist. Dieses ist eine Aktion. Das ist... Außenposten einnehmen. Oh nee. Das habe ich noch. Das wäre dein Marker halt. Den kannst du gleich am Ende dieser Runde abschauen. Kann ich gleich quasi weg machen. Und das niemandland sichern. Das war... Nee. Das sind meine Karten. Wo hast du denn meine Karten hingetan, René? Habe ich gar nicht. Das ist zum Beispiel deine Karte. Das sind... Meine Karte. Das sind auch deine. Also ich muss... Achso, ich habe einen weggetan für den CP. Ah, du hast für einen... Genau. Genau. Ich hatte eine Aktion, musste ich in der Mitte machen. Den habe ich aber weggetan, weil da komme ich gar nicht hin. Niemals ganz sicher sind es zwei Marker. Genau. Und da habe ich dann die Linie erhalten bekommen. Das muss noch sterben. Genau. Linie erhalten habe ich bekommen. Und das kriege ich dann auch, wenn ich nicht sterbe. Das kriegst du dann auch hin. Dann habe ich zwar noch eine Runde Zeit, was in deine Linie zu kriegen. Werde ich aber nicht schaffen. Ja. Also deswegen... Ich könnte tendenziell 10 machen und den Scheißaußenposten kriege ich dann nicht. Gut. Wo schießt du jetzt? Wo fängst du an? Wir fangen an... Diesmal gehen wir von... Weil es gerade andersrum nicht so gut geklappt hat, fangen wir jetzt bei unwichtig an und gehen zu wichtig hin. Okay. Das heißt, wir schießen hinten auf den einen Panzer und hier schießen wir auf den anderen Panzer. Machen wir alles auf, kein Modell in die Linie. Und wir kommen am Schluss wieder, wenn alles schon passiert ist. Ja. Beide Rekrutentrupps haben bei jeweils einem Truck von jedem gemacht. Hervorragend, oder? Ja. So. Und jetzt kommt das Interessante, Max. Womit fängst du an? Lasergewehre in deine Knaben rein. Auf die 5, ne? Einer. Deckung. Direkt verbundet. Nö. Plasmagewehr. Trifft. Tötet einen. Einen Tod. Granat... Doch. Granatwerfer. Oh, nee. Granatwerfer. Wie heißen die Dinger? Mörser. Nichts. Nichts. Die wiffern. Ne, wir fangen erstmal... Was sind denn jetzt zwei? Der Basin. Ah, der Chef. Der Chef. Der Chef. Alles in den Dicken. Gut. Minus eins, weil ich stehe in dichter Deckung. Und ich wiederhole... Einsen. Ihr wiederhole ich Einsen oder alles dann? Weil ich wiederhole ja Einsen eh schon. Das weiß ich, ob das bei Fans war. Aber ich wiederhole die Anzahl der Schüsse. Okay. Anzahl der Schüsse für die... Plasma-Kanon. Plasma-Kanon. Die würde ich dann wiederholen. Oder es zählt erstmal für das Tunggeschütz. Das müsste ich nachgucken. Ich weiß es nicht. Ist egal. Drei Schuss. Auf die Vier. Eins wiederholen. Zwei Treffer auf die Vier. Das ist gut. Fünfer Retter. Zwei Schaden. Macht einen Schaden. Fünfer für No Pain. Zwei Schaden. Aber einer hat drei. Ne, sagt er noch nicht. Ins Gesicht. Trifft. Verwundet automatisch. Ja, genau. Geht durch. CP. Ich habe noch ein CP. Zwei braucht es, aber wir kriegen jetzt wiederholungspunkt. Stimmt, dann kann ich nicht. Komische Vox-Ubertragungsregel. Dann erschießt du... Nein! Erschießt du nicht. Hat noch zwei Leben. Aber das wird ja reichen mit dem Hammer hoffentlich. Anzahl der Schüsse für mein Tunggeschütz. Neun. Neun nehmen wir. Besser wiederholen können und nicht müssen als anders. Ich darf die Vier Einwiederholen. Der war gut. Zwei automatisch. Ja. Drei Autorunden. Das wird es tun. Vier Wunden. Brauchst du nicht... Ich kriege vier Wunden mal. Ja. Ich muss dreimal fünf oder höher wirken. Ja. Er auch. Bist du irritiert gerade? Ich habe noch genug beschlossen. Ich bin relativ... Ist er tot? Gut. Ja, aber er hat gut überlebt. Ja, hat er definitiv. Dann schießt der Basilisk mit dem schweren Bolter in die zwei Knaben. Ja. Und mit dem Basiliskgeschütz einmal rüber in den Kollegen hinten auf dem Hai. Auf den... Ja, ich schaff's. Okay. Ja. Schwere Bolter. Trifft gar nicht. Ne. Grandios. Die müssen nämlich auch weg. Anzahl der Schüsse auf den Kollegen hinten. Boah. Sechs. Auf die vier. Eins wiederholen, weil wir uns als Kavianer nicht bewegt haben. Fünf Treffer, das wird es gewesen sein für die jungen Herren. Auf die drei. Ja, auf die drei. Dagegen habe ich einen Sechser Rettungswurf, weil ich einen Viechjäger bin. Oh, nur sechs Schaden. Ja, ist doch tot, ne? Gut. Der hat nicht so viele. Und jetzt ist das, ne? Du bist jetzt durch. Ne, ich habe noch eine WIWRN. Und ich brauche die hier. Ja. Ja, dann musst du auch durch die. Das Fiese ist, ich muss die wegmachen, damit ich die Aktion mache. Aber ich wollte eigentlich die auch wegmachen, dass du nur Punkte in deinem Zug kriegst. Aber ich glaube, beides schaffen wir nicht. Du schießt natürlich auf die hier. Splitfire ist immer... Always works. Und unseriös. Deswegen, er schießt erstmal seinen Schaden Bolter darüber. Aber auf die vier. Ne, das ist zu riskant. Das ist zu riskant. Die müssen definitiv weg. Ein Treffer. Ein Treffer. Auf die vier. Dann stirbt schon mal der eine. Ja, auf die andere. Ich muss ich den noch wegnehmen, weil ich hier am Marker stehe. Ja. Gut. Mach ich. Kann reichen. Muss reichen. Wir laufen sonst weg. Aber... Zwo, vier, sechs. Ach, fünf. Fünf Schuss. Haben wir. Eine Autorunde. Höflich schon mal. Oh, nee. War noch aufgenäht. Spannend. War auf die fünf wiederholbar jetzt verwunden. Nein. Wiederholen. Nein. Doppel, 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 zwei. Ja, nee. Da muss er Moral machen. Ah, ich muss echt angreifen. Scheiß drauf. Wir greifen an. Der Panzerkommandant fährt rein. Er muss... Abwehr vorher. Komm nicht rein. Was ist denn hier los? Warum nur zwei? Der ist halt weggelaufen. Ich kann sonst nicht angreifen. Ich habe drei verloren. Ja. Ich habe einen Moralwett von sieben. Aber der Chef. Und du hast nicht der Chef. Ja, der kann sein. Ich würfel einfach mal. Würfel einfach mal. Du würfst eh eine sechs oder eine fünf. Dann bin ich beruhigt. Ein vier. Das wäre jetzt richtig. Gucken wir kurz nach. Kommen wir wieder. Weil, ist wichtig. Er flieht. Er hat Moralwett sechs. Das genau leider nicht geklappt. Schade. Deswegen Max. Zehn. Fünf Punkte für dich. Du hast Linie halten. Und niemals land gesichert. Ja, also niemals land gesichert. Du hast niemals land gesichert. Gibt dir fünf Punkte. Und. Ja. Jetzt ist es für die Orks natürlich relativ knappig. Ich score aber auch Linie halten. Ja. Ich ziehe damit komplett neu. Dann führst du immer noch um fünf Punkte. Ne, du führst. Du führst um fünf. Plus meine, meine sieben, die ich für Dinges bekommen habe. Genau. Die Marke halt am Anfang ist zu. Ich ziehe. Und töne der Einheit. Kassion verteidigen Max. Werde ich nicht schaffen. Weil ich habe nur noch drei Modelle da am Marker stehen. Die kannst du mir einfach wegschießen. Ja. Gebietsverweigerung. Das schaffe ich auch nicht. Weil ich muss zwölf Zoll in der Mitte nichts stehen haben. Das schaffe ich nicht. Und ich score Schlachtlinien ausweiten. Und äußere mehrere Missionsgemerkern. Ja Max. In meiner Runde vier. Ich score keine Punkte. Ja. Und dann würde ich dir einen Epic Handshake anbieten. Weil ich komme nicht mehr wieder. Okay. Da hinten, der Marker, ist immer deiner. Ich score meinetwegen noch diese Runde vier Punkte. Oder auch nächste Runde nochmal vier Punkte. Aber du wirst immer volle Punkte scoren. Ja das ist so. Ich werde meinen Vorsprung halten. Du wirst deinen Vorsprung halten. Das ist nicht mehr aufzuholen. Und deswegen würde ich sagen, geht das Spiel ans Astra Militarum nicht unbedingt seriös hoch. Sondern mit einem normalen, normaler Sieg. Ja. Also dadurch werde ich jetzt hier nichts. Ich könnte jetzt sagen, Gebietsverweigerung schmeiße ich komplett weg. Und ich nehme hier Städten untersuchen. Ich habe noch nicht mal nach. Das könnte ich machen. Ja das kannst du in der Aktion mit den Boys wieder in der Mitte machen. Ja. Dann bleiben die wieder in der Mitte. Dann score ich nochmal fünf Punkte. Ja aber ich mache dir deine Einheit hinten, deinen Marker weg. Das heißt du verlierst jede Runde schon mal fünf Punkte. Dann verliere ich. Ich halte ja. Ich kriege ja jetzt auch sieben. Dann wäre es jetzt nach dieser Runde tatsächlich unentschieden. Aber du machst Linie halten. Ja. Dann führst du wieder um fünf. Und dann kriegst du keine Punkte mehr. Und du machst auch nicht mehr genug Einheiten, um dann groß noch Aktion zu machen. Genau. Ich komme nicht mehr wieder. Deswegen hast du gewonnen. Coole Spiel. Machen wir eine kleine Nachspreche. Ja. So Max. Wir hatten spannendes Spielchen. Wieder erwarten, weil die erste Runde von dir war sehr hart. Ja. Wie gesagt, 400 Punkte verloren in Form von zwei Fliegern und dem halben Trupp Viechfängerjungs. Hast du mir schon sehr viel Druck weggenommen sozusagen. Wir haben gerade mal so geschnackt. Ich glaube, wenn ich angefangen hätte, hätte ich das wahrscheinlich ungefähr dasselbe mit dir gemacht. Ja, weil du wärst irgendwo hier so reingeflogen. Die Frage ist halt, ob dieses Minus 1 auf Treffen da viel gemacht hätte bei deinen Autos. Auch auf jeden Fall. Aber trotzdem kann man mit den Fliegern ja auch Wege zu stellen und alles stellen. Also das hätte dir definitiv geholfen. Ich muss mal sagen, das hat mir echt gut gefallen. Dieses Hammer of Rust war heute Mitspiel entscheidend. Muss man so sagen. Also diese Sechsen automatisch verwunden. Konskript schießen normalerweise nicht fünf Lebenspunkte in einer Runde von einem Panzer weg. Ne. Mit Hammer of Rust gar kein Problem. Du musst halt immer so ein bisschen hoffen, dass du die Sechsen würfelst. Das ist immer so ein... Ja, aber es hat ja gereicht. Man hat es ja gesehen. Selbst die Einheit, die nichts wiederholen durfte im Prinzip. Ja. Hat das ja gemacht. Also es war nicht schlecht. Ich konnte jetzt leider nicht den Zweier Rüstungswurf, das wir ihm Russ vorführen. Da war... Der eine wurde nicht angegriffen und der andere wurde einfach direkt weggemacht. Da hat der Zweier Rüster auch nichts gebracht. Ja, also auch wenn ich jetzt in den ersten zwei Runden, wo ich noch Einheiten zur Verfügung hatte, vielleicht doch mal die eine oder andere bessere Karte. Ich hatte am Anfang schlechte Karte. Das kommt noch dazu, ja. Das war auch noch so ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz, du hattest auch eine Runde, wo du fast nichts gemacht hast. Ja, ich hatte eine Runde, eine sehr gute Runde, wo ich sechs Einheiten getötet habe. Und darauf die Runde habe ich nichts gemacht. Richtig. Es ist... Also Malstrom muss man sagen, man muss es trotzdem mögen. Aber die Spiele sind schon ein bisschen knapper. Im Großen und Ganzen. Es sei denn, man hat ein komplettes Missmatch. Ja, also hier... Das ist der Grund, warum ich halt keine Flugzeuge so gerne mag. Flugzeuge kannst du halt einfach nicht verstecken. Und wenn du nicht anfängst und der Gegner ein bisschen Beschuss hat, was jetzt auf die imperiale Armee halt zutrifft, dann sind die in der Regel weg. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, weil wenn ich keine Flugzeuge gehabt hätte, sondern 300 Punkte von irgendwas anderem, dann hättest du in der ersten Runde eigentlich gar nicht schießen können. Ja, halt nur das, nur die Viechfänger und mit dem Basilisk vielleicht zwei Bikes oder so. So, nochmal so zu den Orks. Also, klar, der Hai ist gut, eigentlich die Grundsatzreiter auch, obwohl die ja heute noch nicht mal ihre Punkte raus hatten. Die hatten ja nur einen Höllenhund getötet. Ja, Truckboys finde ich gut. Ich finde auch die Bikes gut, weil sie schnell sind, weil sie ein bisschen was schießen können, weil sie ein bisschen was nachkämpfen können. Stormboys sind gut. Das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ich habe ja auch alle Charges geschafft. Das ist richtig, sogar die Weiten. Aber so im Großen und Ganzen fehlt mir trotzdem irgendwie was. Der René versteht die Orks nicht. Ich verstehe die, ich verstehe sie nicht mehr, sage ich mal so. Also alles außer dem Speedwark sozusagen, verstehe ich nicht mehr. Also Speedwark hätte ich wahrscheinlich heute auch mehr rausgeschossen. Ja, wir waren am Wochenende in Gelsenkirchen auf dem Turnier. Zwei Tage und da war ein Orksspieler, der hat am ersten Tag alle drei Spiele gewonnen. Ja. Wie? Ich weiß es auch nicht. Falls du das siehst, ich komme nicht... Sag uns wie. Wir haben nicht, wir rätseln. Das ist wirklich echt schwer. Gut, man muss schnell sein als Ork. Habe ich auch heute teilweise versucht. Habe ich auch gezeigt. Also Truckboys sind super. Aber trotzdem so, der letzte Drall fehlt mir, wie man mit Orks wirklich erfolgreich spielt, sage ich jetzt mal so. Ja, das Geheimnis kann nicht sein, ich fange an. Genau. Das wäre ein doofes Geheimnis. Immer als Ork anzufangen. Darauf kann man ja nicht gamble, weil man mindestens 50% der Spiele hat. Ich meine, selbst wenn du anfängst, ich hatte jetzt noch einen alten Codex. Selbst wenn du anfängst und rauskommst und dann spielst du mal gegen Elda oder sowas, die sind ja wesentlich mehr als Imperial Army. Dann ist er komplett weg. Ja, genau. Das ist halt echt, wie hat er es geschafft? Es gibt so viel auch Elda, Hell of Doom, Sechsen verwunden automatisch mit Schuriken. Das heißt, jede Sechs macht einen Ork weg. Richtig. Wenn du so willst, beim Trefferwurf. Oder jetzt Hammer of Rust. Das ist ja auch wirklich. Hammer of Rust ist ja fast genauso, weil egal was durchkommt, da habe ich einen Sechser Rüstungswurf gegen bei Orks oder vielleicht mal einen Vierer bei einer etwas härteren Einheit. Also Orks sterben einfach richtig schnell und dafür, finde ich, sind sie mittlerweile viel zu teuer. Bei diesen ganzen Konzepten, die es mittlerweile gibt, wo Autowunden passieren, wo viele Treffer oder Verwundungswürfe wiederholt werden dürfen, zum Beispiel bei Tau. Ja. Orks sterben zu schnell, als dass sie die Punkte mittlerweile gerechtfertigt sind. Also klar ist ein Hai gut, aber warum ist der 30 Punkte teurer geworden? Ja, weil er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich in der Kombination mit den Squid Buggies noch besser war. Jetzt muss er wieder günstiger werden. Fertig. Ja, ich finde generell, Orks müssen deutlich günstiger werden. Angefangen auch beim normalen Orkboy, der muss mindestens ein Punkt teurer, äh, günstiger werden. Genauso wie Viechfänger, Fingers meines Erachtens. Ja. Äh, Stormboys oder... Die sind ja gut, aber die werden... Auch Kommandos sind gut, aber die sind doppelt bestraft worden sozusagen, ne? Warum sind... Kommandos sind, glaube ich, ein oder zwei Punkte teurer geworden. Man kann nicht immer nur, weil einer gut ist, die dann Punkte teurer machen, teurer machen, dann kommen fünf Anti-Armeen, Anti-Ork-Armeen raus, und die sind nichts mehr wert, dann sind sie ja doppelt gestraft. Das ist... Also, Bivet muss... Ja, die Balance, die können... Muss die Balance... Das heißt, im Winter, vielleicht mit dem Data Punkten und so weiter, kann GW, weil alle Armeen draußen sind, die Balancen, für eine neue Balance ranbringen, und dann kommt auch schon die 10. Edition leider raus, sodass dann vielleicht ein halbes Jahr ein gut ausbalanciertes Spiel zu spielen ist. Könnte sein. Das fängt ja jetzt auch schon an bei GT-Missionen. Es kommen ja alle GT-Missionen, werden ja neu... Äh, auch... Alle Missionen, auch von Fraktions auch, ja, ja. Die Fraktionsspezifischen werden ja auch alle neu neu neu. Das wird schon sehr verrückt. Also, ich finde auch... Ja, also... Es wird interessant, was auch mit den Punkten, die neuen Missionen kommen demnächst, dieses Nie... Nie... Wie heißt das? Also... Nicht Nachmund, sondern das andere Ding. Nie... 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 Oder so. Ist aber egal. Leute, wir hatten ein schönes Spiel. Wir haben ein bisschen gezockt. Astral mit dem Klassiker Imperium gegen Orks sozusagen, oder Menschheit gegen Orks. Ist gar nicht so weit auseinander gewesen. Wir haben uns... Es war spannend. Es war tatsächlich spannend. Ja. Jetzt zum Schluss tatsächlich auch. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. DAKA DAKA TV. Ciao, ciao. Peace. DAKA TV. Untertitelung des ZDF, 2020